Hallo und herzlich willkommen im Light Novel Dungeon, oder sollte ich eher sagen, herzlich willkommen zu diesem Light Novel Podcast. Ich bin Stefan und heute habe ich für euch Tag 6 der Goblin Slayer Woche im Light Novel Dungeon als Podcast Format. Es soll in diesem Artikel um die Frage gehen, wie sich die erste Staffel des Goblin Slayer Anime von seiner Vorlage, der Light Novel, unterscheidet. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Noch ein paar Sachen vorweg. Mir ist natürlich klar, dass beide Fassungen schon in ihrem Wesen äußerst unterschiedlich sind. So ist ein Anime natürlich ein visuelles Medium, während eine Light Novel nur mal reine Prosa, also Text ist. Daher werde ich mich für diesen Podcast vor allem auf die inhaltlichen Unterschiede konzentrieren. Mir ist ebenfalls bewusst, dass jede Fassung ihre Vor- und Nachteile hat und ich denke, keiner sollte dafür angefeindet werden, weil er das eine über das andere merkt. Ich gehe für euch hier vom Anime aus Folge für Folge durch und möchte euch hier gerne erklären, was sich inhaltlich zwischen den beiden Fassungen geändert hat. Ich will euch an dieser Stelle natürlich nicht vorenthalten, dass es die Idee natürlich schon einmal gab und daher auch schon Videos zu dem Thema gibt. Die Inspiration für dieses Video stammt von den Videos von Ani News, der den Goblin Slayer Anime mit dem Manga verglichen hat. Schaut gerne auch dort hinein, denn er macht dort auch ein paar interessante Punkte. Ich möchte euch nur um eines bitten. Solltet ihr einen Kommentar hinterlassen wollen, in dem ihr euch darüber aufregt, dass er den Anime mit dem Manga vergleicht statt mit der Light Novel, lasst es bitte. Er erklärt im Video, warum er es so gemacht hat. Mit all dem aus dem Weg, lasst uns beginnen. Ich glaube, ich muss hier kaum erwähnen, dass dieser Artikel riesige Spoiler zum Goblin Slayer Anime und zur Light Novel enthält, oder? Es hilft übrigens ungemein dem Verständnis dieses Artikels, wenn ihr den Goblin Slayer Anime frisch im Kopf habt. Seht daher diesen gerne nochmal an und kommt danach hierher zurück. Kommen wir nun endlich zu den Unterschieden zwischen Anime und Light Novel. Episode 1, Band 1 der Goblin Slayer Light Novel, Kapitel 1. In der ersten Szene der Folge geht es um die Priesterin, die von Goblin Slayer gerettet wird. Hier ist der Anime und die Light Novel identisch. Vor der ersten Szene in der Gilde, die wir im Anime sehen, werden uns in der Novel die Möglichkeiten der Priesterin erläutert, da sie jetzt volljährig ist. Entweder hätte sie als Dienerin im Tempel verbleiben können, oder sie zieht aus in die weite Welt und wird Abenteurerin. Wir bekommen mehr zu den Hintergründen der Gilde mit. Diese war zuvor nur eine Kneipe, in der sich Abenteurer sammeln. Heute dient sie vor allem der Vermittlung von Aufträgen und die Abenteurer sind eine Art Söldner. Wir bekommen auch eine Beschreibung zum Gebäude. Es ist eine Kneipe, ein großes Gasthaus und ein Amt. Die Priesterin musste sich in der Novel erst an einer Schlange anstellen und warten bis sie dran ist, was wir im Anime nicht zu sehen bekommen. Es wird in der Light Novel auch genau auf die Motive der Priesterin eingegangen, warum diese Abenteurer werden will. Die Lehre der Erdmutter sagt, man muss Verletzten helfen und sie hat keine Probleme damit, sich dafür in Gefahr zu begeben, heißt es in der Novel. Sie wurde vom Tempel als Waisenkind aufgenommen und daher möchte sie ihre Schuld nun als Abenteurerin begleichen. Bei der Gildenangestellten angekommen, kann sich die Priesterin als Abenteurerin registrieren. In der Light Novel wird genauer auf den Abenteurerbogen eingegangen, den die Priesterin von der Gildenangestellten erhalten hat. In diesem soll sie Namen, Geschlecht, Alter, Beruf, Augenfarbe, Haarfarbe, Körperbau, Fähigkeiten, Zauber und Wunder ausfüllen. Die Felder Abenteurer, Chronik und Fähigkeiten werden dann von der Gildenangestellten ausgefüllt, heißt es in der Light Novel. Das ausgeendichte Porzellanschild hat die Gildenangestellte in der Light Novel noch mit den Daten vom Abenteurerbogen beschriftet. Es gilt auch als Ausweis und wird zur Identifizierung verwendet. Im Buch wundert sich die Priesterin auch, dass es so einfach ist Abenteurer zu werden. Anders als im Anime erläutert sie der Priesterin nicht die verschiedenen Abenteurerränge, sondern erklärt nur, wie man einen Rang aufsteigen kann. Für einen Rangaufstieg werden die besiegten Monster die Beiträge zur Gesellschaft und der Charakter bewertet, fährt sie fort. Die Erklärung der Ränge erfolgt in der Light Novel in einem Zwischenkapitel und die Erklärung für den Rangaufstieg erfolgt im Anime in einer späteren Folge. Genau wie im Anime verweist die Gildenangestellte auf das Anschlagbrett mit den verschiedenen Aufträgen. In der Light Novel geht sie näher auf die Aufträge ein und gibt der Priesterin die Empfehlung, am besten mit ein paar leichten Aufträgen anzufangen, wie etwa dem Reinigen von Rindstein oder Aufträgen in der Kanalisation. Die Priesterin hatte eigentlich gedacht, dass Abenteurer Monster jagen, worauf die Gildenangestellte erwidert, dass Ratten doch auch Monster seien. Die Priesterin überlegt daraufhin, sich erstmal ein Zimmer in der Gilde zu nehmen und dann später einen Auftrag herauszusuchen. Ähnlich dem Anime wird die Priesterin auch in der Light Novel von der Gruppe der Anfängerabenteurer angesprochen, ob sie die Gruppe auf einen Auftrag begleiten möchte. Hier gibt es zwischen dem Anime und der Light Novel noch einen kleinen Unterschied. Im Anime erfahren wir erst mehr zu den Goblins, als die Abenteurer die Höhle bereits betreten hatten. Die Novel macht diese Erklärung in diesem Zeitpunkt, wo sich die Gruppe zusammensetzt. In der Novel wird zusätzlich noch genau beschrieben, was die Goblins in einem Dorf anstellen, wenn sie es überfallen hatten und was zu diesem Auftrag führte. Die Goblins haben zuerst nur Getreide gestohlen, als dann Wachen aufgestellt wurden, fingen sie an, Schafe zu stehlen und nahmen dabei gleich noch ein paar der Mädchen des Dorfes mit. Aus einem Monolog der Priesterin erfahren wir noch, dass es nichts Ungewöhnliches ist, dass der erste Auftrag eines Abenteurers sich um Goblins dreht. Ihr kommt die Einladung in die Gruppe sehr gelegen, allein als Priesterin wäre sie sowieso machtlos. In der Höhle angekommen geht es erstmal so weiter, wie es im Anime dargestellt wird. Die vier betreten die Höhle, das Totem am Eingang der Höhle bleibt in der Light Novel allerdings unerwähnt. Als die Abenteurer die Höhle durchqueren, erhalten wir in der Light Novel eine kleine Hintergrundinfo zum Schwertkämpfer und der Faustkämpferin. Beide stammen aus dem gleichen Dorf. Es wird auch erwähnt, dass die Magierin der Gruppe die Magierakademie mit Bestnoten abgeschlossen hat. Wobei ich mir nicht ganz sicher bin, ob das im Anime Erwähnung gefunden hat, es könnte sein, dass es vorher drin war. Die Begegnung der Priesterin und der Magierin mit dem Goblins verläuft wie im Anime gezeigt. Die Novel gibt hier im Grunde mehr Details. Es wird kurz erwähnt, dass der Zauberstab für einen Magier überlebensnotwendig ist, da dieser ohne den Stab keine Magie wirken kann. Dies erklärt die Verzweiflung der Magierin, als die Goblins den Stab zerbrechen. Die Priesterin schwang daraufhin auch ähnlich wie im Anime zu sehen ihren Stab vom Ehr, um zu versuchen die Goblins abzuhalten und sie zu verscheuchen. Als sie in der Novel mit dem Stab den Boden berührte und einen Klang erzeugte, sorgt dies dafür, dass die Goblins darin kurz innehalten und von der Magierin ablassen. Ist die Priesterin vielleicht ein Kampfmönch und wird ein besonderes Wunder wirken? So der Gedanke der Goblins. Die Priesterin nutzt die Gelegenheit, um die Magierin aus den Klauen der Goblins zu befreien. Im Anime war es der Schwertkämpfer, der die Magierin von den Goblins befreite. Wie im Anime zu sehen, wirkt die Priesterin auch in der Light Novel ihr Heilwunder an der verletzten Magierin. Erst danach kamen den beiden in der Light Novel der Schwertkämpfer zur Hilfe. In der Light Novel erfahren wir etwas zur Vergangenheit des Schwertkämpfers. Er ist der zweite Sohn eines Bauern und hatte schon als kleiner Junge davon geträumt, ein Ritter zu werden. Was im Anime ebenfalls unerwähnt bleibt, ist, dass der Schwertkämpfer sich immer schwerer tut, die Goblins zu schlachten, da sein Schwert durch das Blut immer stumpfer wurde. Ähnlich wie im Anime zu sehen, wurde der Schwertkämpfer unaufmerksam und stieß mit seinem Schwert an der Decke der Höhle an und fand so sein Ende. Danach steigt die Faustkämpferin in den Kampf ein und sagt der Priesterin, sie soll sich mit der Magierin in Sicherheit bringen. Auch über die Faustkämpferin erfahren wir in der Novel noch ein paar mehr Details. Die Techniken des Kampfes hatte sie von ihrem Vater gelernt, heißt es. Der wohl aber, hier eine kleine Vermutung von mir, den Goblins zum Opfer fiel und verstarb. Ähnlich dem Anime wird auch in der Novel die Faustkämpferin vom aufgetauchten Hop aufgerieben. Als sie von diesem auf den Boden geschleudert wird, vergehen sich dann die Goblins an ihr. Allerdings ist die Novel hier weniger sensationell als der Anime. Die Priesterin flieht daraufhin mit der Magierin und entschuldigt sich laufend, wie es im Anime zu sehen ist. Während der Flucht bekommen wir einen Eindruck der Gedanken der Priesterin in der Light Novel. Ihr ist klar geworden, warum die Gildenangestellte so zögerlich reagierte, als sie den Auftrag annahmen. Sie stürzt daraufhin zu wohnen, dies ist identisch in der Light Novel und im Anime. Ihr fällt in der Novel allerdings noch auf, dass die Magierin Fieber hat und Schweiß gebadet ist. Was wieder identisch ist zwischen Anime und Light Novel ist, dass die Goblins hier mit einem Pfeil auf die Priesterin schießen. Es wird in der Novel allerdings noch erwähnt, dass die Priesterin keine Rüstung trägt. Die Lehren der Erdmutter würden zwar nur übermäßige Rüstung verbieten, aber sie hatte sowieso kein Geld, sich eine Rüstung zu kaufen, sagt uns die Light Novel dazu. Auch hatte sie im Buch noch mit dem Gedanken gespielt, sich einfach die Zunge abzuweisen, um ihr Leben zu beenden. Ihr Glaube lässt einen Selbstmord allerdings nicht zu. So findet sie sich also mit ihrem Schicksal ab und überlegt kurz, was die Goblins wohl mit ihr machen würden. Danach geht es weiter wie im Anime, der Goblin Slayer erscheint und rettet sie. Der Kampf des Goblin Slayers gegen die kleine Gruppe Goblins verläuft in der Novel, wie es im Anime zu sehen ist. Es gibt an dieser Stelle im Buch eine kurze Information zu den Rängen, so ist Silber wohl der höchste Rang, den ein normaler Mensch erreichen kann. Die Erklärung zu den Rängen hatten wir ja bereits vorher im Anime schon gesehen. Die Abenteurer mit den Rängen Gold oder Platin kümmern sich vor allem um Angelegenheiten auf Staatsebene, heißt es im Buch. Ähnlich dem Anime zieht der Goblin Slayer den Pfeil aus der Schulter der Priesterin und versorgt sie mit einem Heiltrank. Im Unterschied zum Anime wollte sie den Trank nicht für sich selbst nutzen, sondern für die verletzte Magierin verwenden. Der Goblin Slayer untersucht sie daraufhin, wie im Anime zu sehen und fragt, wo sie getroffen wurde. Wie es im Anime auch zu sehen war, weist der Goblin Slayer die Priesterin darauf hin, dass es für die Magierin ohnehin schon zu spät ist, weil die Goblins ihre Klingen mit Gift eingerieben haben. In der Novel bekommen wir noch ein wenig was mit zur Wirkweise des Giftes. Ist das Gift erstmal im Körper, kann man nicht mehr atmen. Es lähmt die Zunge, der komplette Körper verkrampft sich, man bekommt Fieber und stirbt. Goblin Slayer erfüllt daraufhin der Magierin, wie es im Anime und der Leitnovel zu sehen war, den letzten Wunsch und erlöst sie von ihrem Leid. Und bis zu diesem Zeitpunkt hat die Priesterin in der Leitnovel den Heiltrank immer noch nicht getrunken. Wie im Anime zu sehen, klärt der Goblin Slayer die Priesterin über den Goblin Schamanen auf. Der Goblin Slayer fragt die Priesterin über weitere Gegner aus. Erst nachdem sich die Priesterin entschlossen hat, den Goblin Slayer zu begleiten, trinkt sie in der Leitnovel den Heiltrank. Dieser heilt zwar keine Wunden, heißt es weiter, wie etwa ein Gebet, aber es stillt den Schmerz. Anders als im Anime haben sich die beiden auch nicht mit Goblin Blut eingerieben. Die beiden dringen also tiefer in die Höhle vor. Es läuft erstmal weiter, wie im Anime zu sehen. Die beiden finden den toten Schwertkämpfer, als sie feststellen, dass die Faustkämpferin fehlt, gehen sie tiefer hinein. Im Nebentunnel der Höhle bekommen wir in der Novel Informationen, dass Goblins im Dunkeln sehen können. Die Priesterin klärt den Goblin Slayer über ihre Wunder auf, wie im Anime zu sehen. Allerdings gibt die Novel noch ein paar mehr Informationen zu den Wundern. So ist das Wirken von Wundern an sich schon ein Talent. Nicht jeder konnte eine Verbindung zu den Göttern aufbauen, vor allem nicht mehrmals an einem Tag. Daher ist die Priesterin talentiert, was auch der Goblin Slayer in der Leitnovel lobt. Er sagt ihr, sie soll nur den Zauber heiliges Licht einsetzen. Der Zauber heilen würde sie nicht weiterbringen. Bevor der Slayer, wie im Anime zu sehen, die Falle vorbereitet, fragt er die Priesterin, was sie tun würde, wenn sie ein Goblin wäre. Diese antwortet, dass sie den Gegnern auflauern würde. Er sagt der Priesterin, sie soll sich genau einprägen, wo er die Falle aufgestellt hat. Danach geht es weiter, wie im Anime zu sehen. Die Priesterin wirkt ihr Licht und der Slayer vernichtet die Goblins. Als der Slayer den Schamanen erledigt hat, treten beide die Flucht an. Die beiden springen über die Falle, die zuvor errichtet wurde. Anders als im Anime stolperte die Priesterin aber nicht, sondern versteckte sich in der Leitnovel gemeinsam mit dem Goblin Slayer an der Abzweigung. Der Hopp stolpert, weil er geblendet wird und der Slayer gibt ihm den Rest. Also das war genau gleich in Leitnovel und Anime. Wie im Anime zu sehen, übergießt der Slayer auch in der Novel die Leiche des Hopp mit einer Flüssigkeit. Während es im Anime als brennendes Wasser bezeichnet wird, sagt der Goblin Slayer in der Novel, dass das Zeug entweder Medeaöl oder Petroleum genannt wird. Ganz wie im Anime zerstreut der Goblin Slayer die Sorgen der Priesterin wegen des Feuers, fügt aber noch hinzu, dass der Rauch den Rest der Goblins heraustreiben wird. Dann erledigt der Goblin Slayer wie im Anime zu sehen, die aus dem Rauch auftauchenden Goblins. Die beiden gehen danach in den Tunnel. Auch in der Novel sind einige Leichen in der Höhle zu finden. Die Priesterin war in der Novel zwar erleichtert, dass die Faustkämpferin überlebt hatte, in den Arm genommen hatte die Priesterin sie aber, wie im Anime zu sehen, nicht. Der Priesterin kam beim gesamten Anblick eher in Würgereiz. Der Goblin Slayer erledigt auch in der Novel den Schamanen, der sich totgestellt hat. Am Ende des Abenteurers passiert, was im Anime zu sehen ist. Der Goblin Slayer erledigt auch die Kinder, die sie vorfinden und sagt der Priesterin, dass sich gute Goblins von den Menschen fernhalten würden. Das Ende der Folge entspricht dabei etwa der Novel. Darin erzählt die Priesterin ebenfalls ihre kleine Geschichte. Es endet in der Novel mit dem Beschluss der Priesterin, dass sie weiterhin Abenteurerin sein will. Die Szene rund um das Kettenhemd, das die Priesterin erworben hat, folgt in der Novel in einem späteren Kapitel, ist aber enthalten. Episode 2 Band 1 der Goblin Slayer Light Novel Kapitel 2 bis 4 In der ersten Szene des Anime sehen wir die junge Kuhhirtin mit einem befreundeten Jungen mutmaßlich dem Goblin Slayer streiten, weil sie in die Stadt durfte und er nicht. Diese Szene kommt in der Novel an dieser Stelle nur gekürzt vor. Wir erfahren darin nur, dass die Kuhhirtin zu ihrem Onkel gegangen ist, um ein paar Tage zu bleiben. Sie hatte sich aber fest vorgenommen, sich beim Jungen zu entschuldigen. Dazu würde sie aber nicht mehr kommen. Der Anime zeigt hier etwas mehr, da sich die Geschichte in der Novel ein bisschen zwischen den Kapiteln aufteilt. Die gesamte Szene, in der die Kuhhirtin aufwacht und den Goblin Slayer begrüßt, der wie jeden Morgen den Hof nach Fußspuren absucht und den Zaun prüft, sind ebenfalls genauso in der Novel enthalten. Hier gibt es keine Abweichungen. Danach macht sich die Kuhhirtin auf, das Frühstück vorzubereiten. Hier erhalten wir in der Novel etwas extra Informationen über das Leben auf dem Hof. Es wird erklärt, dass der Onkel, die Kuhhirtin und Goblin Slayer sich die Zubereitung der Mahlzeiten teilen würden. Allerdings ist es so, dass der Goblin Slayer nicht oft Frühstück macht. Nur wenn die Kuhhirtin gerade krank war, kocht der Slayer. Der beste Koch ist er wohl auch nicht. Wenn der Goblin Slayer gekocht hat, gab es nur einen dünnen Eintopf, den er nicht lange genug hat köcheln lassen. Nicht, dass die Kuhhirtin sich beschweren würde. Sie wünscht sich aber, er würde öfter das Frühstück zubereiten, wenn er denn immer schon so früh aufsteht. Danach geht es in der Novel weiter am Frühstückstisch. Wie im Anime zu sehen, steht eine Suppe, Käse und Brot auf dem Speiseplan. Nach der Novel wird alles auf dem Hof hergestellt. Das Gespräch zu Tisch verläuft im Anime sehr ähnlich zur Novel. Beim Anblick des vollen Ledersäckchens denkt sich der Onkel in der Novel allerdings, dass der Slayer damit ein ganzes Schloss mieten könnte. Alle essen ihr Frühstück auf und der Slayer und die Kuhhirtin machen sich auf den Weg in die Stadt, wie im Anime. Was der Anime nicht zeigt, ist, dass der Goblin Slayer nicht auf die Kuhhirtin wartet, ehe er aufbricht. So hat er schon den Hof verlassen, als die Kuhhirtin das Haus verlässt. Die Kuhhirtin zog daher hastig den Wagen hinterher und schloss irgendwann zum Goblin Slayer auf, der seinen Schritt verlangsamte. Beide gehen zusammen in die Stadt, von da an geht der Dialog weiter, wie im Anime gezeigt. Auf dem Weg zur Gilde merkt die Kuhhirtin in der Novel an, wie viele zwielichtige Gestalten sich doch in der Stadt herumtreiben würden. Wie im Anime zu sehen, liefert sie die Ware an die Gilde und muss sich dann noch einen Stempel von der Anmeldung abholen. Sie trennt sich im Inneren des Gebäudes vom Slayer. Anders allerdings als im Anime zu sehen, hat sich der Goblin Slayer nicht an einen Stehtisch mitten im Raum gestellt, sondern sich einen Sitzplatz an der Wand gesucht. Der Dialog zwischen dem Sperrkämpfer und der Gilde Angestellten läuft im Anime genauso wie im Buch ab. Auch die Dialoge zwischen dem Panzerkrieger und der Ritterin sowie die Kommentare der Anfänger aus der Menge sind in Novel und Anime identisch. Die Szene im Gesamten ist sehr ähnlich. Im Anime fährt die Gilde Angestellte dann fort, die neuen Aufträge anzukündigen. In der Novel bekommen wir davor noch mit, dass die Gilde Angestellten die ganzen Bemerkungen rund um den Goblin Slayer etwas beunruhigen und sie den Sperrkämpfer, der immer noch vor ihr stand, vertrösten musste, um die Aufträge zu holen. Die Szenen, die sich dann im Anime am Anschlagsbrett abspielen, sind auch so in der Novel zu finden. Auch die Tatsache, dass der Goblin Slayer ganz ruhig wartet, bis die Menge sich lichtet, ist ebenfalls in der Novel vorhanden. Goblin Aufträge sind ja nicht so beliebt, daher kein Grund zur Eile. Dann stößt die Priesterin zum Goblin Slayer. Wir erfahren von ihr in der Novel, dass sie sich wie vom Goblin Slayer geraten ein Kettenhemd besorgt hat. Etwas, was wir im Anime schon am Ende der Episode 1 zu sehen bekamen. Dazu bekommen wir noch ein paar Hintergründe in der Novel. Das Kettenhemd soll die Priesterin vor den Klingen der Goblins beschützen. Der Oberpriester hatte zudem mit der jungen Priesterin geschimpft, was ihr denn einfällt, eine Rüstung zu tragen. Danach setzt sich die Priesterin neben den Goblin Slayer an einen freien Platz an der Wand. Die kleine Schimpftirade der Priesterin und die anschließenden Fragen des Slayers über die Goblins sind wie im Anime zu sehen, auch in der Novel enthalten. Was wir noch erfahren ist, dass zu den wichtigsten Ausrüstungsgegenständen Fackeln und Heiltränke gehören. Seile sehr wichtig sind und Zauber und Wunder als Ersatz für Ausrüstungsgegenstände dienen können, allerdings sehr kostbar sind. Als es um die Waffen geht, erinnert der Slayer die Priesterin daran, dass sie sich einfach die Waffen der Goblins nehmen soll und nicht hinterfragen soll, wie sie diese herstellen. Erzählt in der Novel auch noch die Waffen der Goblins auf. Das Wichtigste ist aber nach dem Slayer stets seine Waffen und seine Vorgehensweise zu wechseln. Alles andere würde den sicheren Tod bedeuten, heißt es im Buch. Er ermahnt die Priesterin auf Nachfrage, dass sie sich keine Notizen machen darf und sich alles merken muss. Die Notizen könnten sonst in die Hände der Goblins fallen. Danach geht es weiter wie im Anime zu sehen. Die Menge lichtet sich und der Goblin Slayer erkundigt sich bei der Gildenangestellten nach Aufträgen rund um Goblins. Allerdings war in ihrer Auswahl von drei Aufträgen in der Light Novel der Auftrag rund um die Bergfestung nicht enthalten, auch wenn sie einen Auftrag mit einem Nest in den Bergen erwähnte. Der Dialog darüber, welchen der drei Aufträge die beiden angehen sollten, verläuft wie im Anime zu sehen. In der Novel folgt dann die Szene, wo wir die Kuriertin auf der Veranda beobachten, wie sie auf den Goblinslayer wartet. Anders als im Anime erinnert sie sich in der Novel daran, dass ihre Eltern beim Angriff der Goblins auf das Dorf umgekommen waren. Der Dialog zwischen der Kuriertin und dem Onkel verlief wie im Anime zu sehen. Die Szene, die dann in der Novel folgt, ist zwar aus dem Anime bekannt, allerdings hat man hier ein bisschen getrickst, um all die Sachen aus den drei Kapiteln, die diese Folge adaptiert, hinein zu bekommen. Kapitel 3 der Light Novel wurde im Anime nur stark beschnitten gezeigt. Wir sehen in diesem Kapitel ähnlich dem Anime einen Bauern, der einen Auftrag zur Vernichtung der Goblins aufgeben möchte. Der Anime zeigt aber nicht, dass der Bauer wohl etwas aufgeregt war. Er soll ein Formular ausfüllen, was sich schwierig gestaltet. Einmal wirft er das Formular zerknüllt weg und verschreibt sich mehrfach. Die Gildenangestellte zeigt sich allerdings im Buch sehr geduldig und reicht ihm jedes Mal einen neuen Zettel. Während der Bauer also mit dem Papier im Krieg ist, wird uns erklärt, dass Abenteurer den Menschen in Not helfen. Sie stellen sich dabei Drachen, Dämonen, herzlosen Räubern, Kultisten und anderen gottlosen Wesen, die als Nichtspielercharaktere bekannt sind. Goblins sind aber jene Monster, die am häufigsten vorkommen. Zu der ganzen Sache mit den Nichtspielercharakteren übrigens morgen mehr. Als der Auftraggeber es dann schaffte, den Zettel auszufüllen, geht es erstmal weiter wie im Anime zu sehen. Die Gildenangestellte nimmt also den Zettel und die Belohnung an sich und versichert den Bauern, dass sich jemand um den Auftrag kümmern wird. Es sind viele Silber- und Kupfermünzen im Beutel, nach der Novel in einem Gegenwert von gut 10 Goldmünzen. Wie im Anime deutlich wird, bringt das die Gildenangestellte zum Verzweifeln, denn die Summe reicht gerade einmal für eine Gruppe Porzellanabenteurer. Wir erhalten aber noch mehr Informationen im Buch. Die Gildenangestellte hasst die Goblins. Man sagt im Volksmund, dass für jeden Fehler, den man begeht, ein Goblin entsteht. Da die Aufträge schlecht bezahlt werden, muss man Anfänger losstecken, die dabei schwer verletzt werden oder sogar starben, heißt es im Buch. Es braucht schon mal zwei oder drei solcher Gruppen, um einen solchen Auftrag zu erledigen. Von hier aus geht es ähnlich wie im Anime weiter. Die Gildenangestellte legt ihren Kopf auf den Tresen. Während sie sich im Anime an dieser Stelle mit ihrer Kollegin unterhält, denkt sie in der Light Novel einfach weiter nach. Die Angestellte hat eine schwierige Wahl zu treffen. Gibt sie den Auftrag nun an die Anfänger, was deren Tod bedeuten würde, oder wartet sie ab, bis die Goblins mehrere Dörfer vernichten und sich dann ein Veteran dazu erbarmt? Sie versucht immer wieder, die Anfänger davon zu überzeugen, einen anderen Auftrag als die Goblins anzunehmen, aber das Putzen von Rindsteinen oder Erledigen von Ratten in der Kanalisation war wohl nicht so beliebt, heißt es in der Novel. Es folgt danach in der Novel eine Szene, die euch bekannt vorkommen sollte. Es ist wieder mal der Schwertkämpfer, der in die Gilde hier rein spaziert, um der Angestellten von seinen Heldentaten zu erzählen. Er hatte eine Gruppe Banditen, das fürchten gelehrt. Der Dialog verläuft dabei sehr ähnlich wie jener aus dem Anime. Der Schwertkämpfer will ein bisschen angeben und die Angestellte verkauft ihm einen Trank zur Wiederherstellung der Ausdauer. Ergänzend kommt hier wieder hinzu, wie der Trank funktioniert. Er ist zwar nicht magisch, hat aber eine revitalisierende Wirkung und besteht aus verschiedenen Heilkräutern, heißt es im Buch. Die Gilde kann das Geld sehr gut gebrauchen. Ähnlich wie zuvor kommt auch hier wieder der Goblinslayer rein, was die Laune der Angestellten verbessert. Der Anime hat also quasi zwei gleiche Begegnungen in eine Begegnung zusammengeschmissen. Der Goblinslayer war im Buch erfolgreich von seinem Auftrag der Vernichtung des Nests zurückgekehrt und erstattet Bericht. Die Gilde Angestellte bietet dem Goblinslayer an, ihr alles bei einem Tee zu erzählen, geht es im Buch weiter, was den Speerkämpfer nicht gerade freut. Dieser holt sich dann auch noch eine Schelte bei seiner Begleiterin, der Hexe, ab. Warum er denn nicht erwähnt hat, dass sie auch geholfen hat. Noch eine Szene, die im Anime nicht zu sehen war. Bei der Tasse Tee beglückwünscht die Angestellte den Goblinslayer und fragt danach, wie er mit der Priesterin zurechtkommt. Allerdings stört sie sich gedanklich ein wenig daran, dass er jetzt von einer Frau begleitet wird. Es würde schon nichts zwischen den beiden passieren, denkt sie sich im Buch. Sie ist ja eine Frau mit Priesterin. Bei der Kuriertin ist sie sich allerdings nicht ganz so sicher. Da die Priesterin Pflichten im Tempel nachgehen musste, zog der Goblinslayer die letzten Tage wieder alleine aus. Wir erfahren etwas über die Vergangenheit der Gildenangestellten im Buch. Nach ihrer Ausbildung war sie in die Grandstadt gekommen und kurz danach hatte sich der Goblinslayer als Abenteurer registriert. Das war nun gut 5 Jahre her. Damals empfand sie noch nichts für den Goblinslayer, aber er war immer da, wenn die Gildenangestellte von Goblinaufträgen überschüttet worden war. Er war dabei immer erfolgreich gewesen. Er prallte nie mit seinen Leistungen, sondern fragte immer nach neuen Aufträgen. Bald erreichte er den Silberrang und die Gildenangestellte hat sich irgendwann in ihn verguckt, lässt uns die Nobel wissen. Als die Gildenangestellte dann fragt, warum die Biester immer wieder Dörfer überfallen, erzählt der Goblinslayer das gleiche, was wir schon aus dem Anime kennen. Im Anime wird dies erzählt, während wir sehen, wie der Goblinslayer die Festung der Goblins oder diese Elfenfestung in Brand steckt. Die Geschichte, wie er sich im Boden versteckte, während die Goblins sein Dorf angriffen und seine Schwester misshandelten und schließlich töteten. Nachdem der Goblinslayer seine Geschichte in der Novel beendet hatte, erzählte sie ihm von einem weiteren Auftrag in einer Bergfestung. Die Details zu diesem kennt ihr ja schon aus dem Anime. Und da kommen die Novel und der Anime nämlich wieder zusammen. Weiter also mit dem Angriff auf die Bergfestung. Ähnlich wie im Anime zu sehen, feiern die Goblins nach einer gewonnenen Schlacht. Wir sehen dabei nicht nur die Leichen der Abenteurer und das Mädchen aus dem Dorf, sondern erfahren aus der Light Novel noch mehr. Neben dem Mädchen aus dem Dorf hatten sie noch die zuvor von der Gildenangestellten erwähnten Abenteurer erledigt. Zwei Menschen, eine Elfe und ein Reha lässt uns das Buch wissen. Dabei hatten die vier doch den Stahlrang. Was ist also passiert? Die Light Novel führt hier weiter aus. Die vier waren gut vorbereitet und hatten einen Plan. Aber sie hatten einfach Pech. Die Fallen, die die früheren Bewohner aufgestellt hatten, wurden ihnen zum Verhängnis. Die Waldläuferin war irgendwann zu erschöpft, um sich noch richtig auf die Entschärfung der Fallen zu konzentrieren und übersah eine. Sie lösten einen Alarm aus, der alle Goblins auf den Plan rief. Irgendwann konnten die vier Abenteurer nicht mehr und wurden von den Goblins überwältigt. Das Buch geht dann ebenfalls noch darauf ein, was mit den Abenteurern passierte. Das Mädchen aus dem Dorf war schon so geschwächt, dass sie irgendwann einfach aufgab. Angeheitert vom Alkohol der Abenteurer ließen sich die Goblins noch mehr krude Sachen für die Abenteurer einfallen. Sie benutzten die Waldläuferin für Zielübungen. Als sie sich gerade an der Nonne vergehen wollten, hatte sich die Anführerin der Gruppe die Zunge abbeißen wollen, was die Goblins aber zu unterbinden wussten, indem sie ihr die Eingeweide ihrer Kameraden in den Mund stopften. Die Magierinnen hatten sie bei lebendigem Leibe verbrannt, was auch kurz im Anime zu sehen ist, wenn ihr genau hinseht. Es sollte noch drei Tage und drei Nächte dauern, bis sie die Anführer in der Gruppe einfach in den Fluss warfen. Damit kommen wir auch wieder zum Anime zurück. Dort sehen wir einen Goblin, der auf einem verkohlten Finger herumkaut und Wache schiebt. Das Buch klärt uns hier wieder über die Hintergründe auf. Der Goblin auf der Mauer hat leider nicht an der Jagd teilgenommen, heißt es dort, da er Wachen schieben musste, wie der Anführer es befohlen hatte. Deshalb durfte er auch nicht feiern. Alles, was ihm bleibt, ist der verkohlte Finger. Dabei hätte er doch lieber ein Stück der Reha bekommen. Der Goblin verstand nicht, warum er hier Wache schieben sollte, führt das Buch aus. Das Dorf hatten sie schon ausgekundschaftet und die Mauern der Festung boten ihnen doch genug Schutz. Danach geht es weiter, wie im Anime zu sehen. Der Goblin Slayer erledigt die Festung mit brennenden, von der Priesterin vorbereiteten Pfeilen. Das Buch hat aber auch hier wieder etwas Trivia zu bieten. Die Goblins hatten sich in einer Festung der Elfen verschanzt, daher bestand diese komplett aus Holz. Damit eine Festung der Elfen kein Feuer fängt, beten die Elfen zu den Naturgeistern. Da diese jetzt nicht mehr da waren, wurde die Festung zu einer wahren Feuerfalle, heißt es im Buch. Danach geht es weiter, wie im Anime zu sehen, also alles, was das niederbrennende Festung und das Gebet der Priesterin und ihre Bedenken über den Einsatz ihrer Wunder angeht. Auch die Szene, die ihr nach den Credits zu sehen bekommt, in der ein Bader ein Loblied über einen Abenteurer besingt, der die Goblins in die Flucht schlägt und einer Elfe, die dies mit anhörte, war genauso im Buch enthalten. Episode 3 Goblin Slayer Vol. 1 Kapitel 5 bis 6 Zu Anfang der Folge 3 wird uns der Schöpfungsmythos der Welt des Goblins Slayers erzählt. Dieser steht auch so, wie es dort erzählt wird. Direkt am Anfang des ersten Bandes der Light Novel erzählt im Anime allerdings nur einen Teil, der Rest kommt dann in Episode 4. Wie im Anime beginnt es auch in der Light Novel damit, dass die Hochelfenbogenschützin die Gildenangestellte nach einem gewissen Ork-Bolk befragt. Die gesamte Szenerie ist auch so den Light Novels zu entnehmen. Die Novel macht nur ein paar kleinere Ergänzungen. Es wissen nicht einmal mehr die langlebigsten Elfen, warum sie die Zwerge hassen, heißt es darin. Vielleicht, weil die Elfe Bäume lieben und Feuer hassen und die Zwerge Bäume fällen, um so große Feuer zu machen? So wirklich weiß das niemand mehr. Danach geht die Szene weiter, wie im Anime zu sehen. Die Novel ergänzt hier noch, wie die Gildenangestellte der versammelten Gruppe erzählt, dass der Goblin Slayer vor drei Tagen für einen Auftrag los ist. Danach kommt der Goblin Slayer rein, wie im Anime zu sehen und führt den Dialog fort, wie im Anime zu hören. Die vier Abenteurer gehen in ein Besprechungszimmer, während der Goblin der Priesterin sagt, sie solle sich ausruhen, genau wie im Anime. Auch die Szene rund um die Priesterin, die eine Tasse Tee trinkt, ist im Großen und Ganzen so in der Novel enthalten. Die Novel gibt hier wieder nur ein paar erweiterte Informationen. Der Tee, den die Priesterin trinkt, stammt von der Gildenangestellten, heißt es darin, und enthält wohl auch ein bisschen Ausdauertrank, weshalb er sehr erfrischend ist. Das Gespräch mit den anderen Anfängerabenteurern verläuft auch in der Novel wie im Anime zu sehen. Es kommt zum Streit, den die Hexe schlichtet. Sie setzt sich dann zur Priesterin. Der Dialog zwischen der Priesterin und der Hexe verläuft im Großen und Ganzen wie im Anime, die Novel enthält nur ein paar mehr Zeilen. So fragt die Hexe im Buch die Priesterin noch, wie viele Wunder sie beherrscht und reagierte beeindruckt, dass die Porzellanrangpriesterin bereits vier Wunder einsetzen kann. Wechseln wir die Szene in den Besprechungsraum. Auch hier verläuft der Dialog im Anime sehr ähnlich, wie er in der Novel beschrieben wird. Wir erfahren wieder nur ein paar kleine Details. So kam es vor zehn Jahren schon einmal vor, dass der Dämonenkönig sich die Welt holen wollte. Es wird noch erwähnt, warum nur Menschen, Elfen, Zwerge und Echsenmenschen im Rat sind. Die Reha interessieren Krieger einfach nicht. In der Novel steht, die Menschen haben die Elfen als gleichwertig akzeptiert, sehen sie aber nicht als Freunde. Im Anime heißt es dazu, die Menschen hielten die Elfen nicht für gleichwertig. Auch die Karte, die der Echsenmenschen dem Slayer gegeben hat, wird näher beschrieben. In der Novel ist es eine Karte aus einer Baumrinde und zeigt die Ruine auf einer Ebene. Die Szene nach dem Verlassen des Besprechungsraumes ist sehr ähnlich zur Novel. Es wird allerdings in der Novel näher auf die Gedanken des Goblinslayers eingegangen, als er gerade die Gilde verlassen wollte. Er wollte noch Seile, Keile, Öl, Gegengift, Eiltränke und andere Gegenstände in der Novel besorgen. Er musste auch an Proviant denken. Die Priesterin holt nach dem Entschluss, den Goblinslayer zu begleiten, noch ihre Belohnung am Tresener. Es folgt die Szene unserer vier Helden am Lagerfeuer. Diese findet nach der Leitnovel drei Tage nach dem Aufbruch statt, was uns der Anime verschwiegen hat. Auch hier verläuft der Dialog im Anime im Großen und Ganzen, wie in der Novel beschrieben. Der Echsenmensch ermahnt den Zwerg allerdings in der Leitnovel noch, der Elfe nicht noch mehr des Brandweins zu geben. Eine betrunkene Speerin ist nicht hilfreich. Auch lobt der Zwerg die Priesterin, als sie die kleinen Metallspieße rausholt, um den Käse zu erwärmen. Sie ist so viel besser vorbereitet als jemand anderes in der Gruppe, bemerkt der Zwerg im Buch. Bevor die Gruppe in der Leitnovel zur Frage kommt, woher die Goblins eigentlich kommen, kommt die Frage auf, was es eigentlich mit dem Namen Orkbolg auf sich hat. Die Elfe erklärt uns im Buch, dass es ein Schwert aus den Legenden der Elfen ist. Es soll blau leuchten, wenn ein Ork, ich meine ein Goblin, in der Nähe ist. Es ist allerdings eine Klinge, die von den Zwergen geschmiedet wurde, lässt uns der Zwergenschamane wissen. Auch erhalten wir in der Novel einen Einblick in die Gedanken der Priesterin, die uns im Anime verwehrt blieben. Sie hatte noch nie Wesen anderer Völker kennengelernt und waren daher etwas schüchtern. Sie gab sich aber Mühe, die anderen immer wieder anzusprechen, weil Vertrauen sehr wichtig in einer Gruppe Abenteurer war. Sie lernt vom Echsenmenschenmönch so zum Beispiel im Buch, dass dessen Verehrung der Ahnen nicht direkt den Lehren der Erdmutter widerspricht. Die Priesterin war auch sehr froh im Buch, mit der Elfe jemanden in der Gruppe zu haben, der so alt ist wie sie oder zumindest so aussieht. Goblin Slayer war wie immer allem gegenüber gleichgültig. Daran schließt sich die im Anime angesprochene Frage über die Herkunft der Goblins an. Die Szene wurde im Anime leicht gekürzt. Der Zwerg erzählt in der Novel, dass er gehört hat, dass die Goblins gefallene Rehe oder Elfen sein sollten, woraufhin die Elfe im Buch erwidert, dass es ein schrecklicher Aberglaube ist und sie gehört hat, dass es die Zwerge waren, die zu gierig nach Gold waren. Die letzte Szene der Folge mit den Goblins vor der Ruine finden wir direkt am Anfang des Kapitels 7 in der Novel. Die Szene läuft im Großen und Ganzen auch hier wieder wie im Anime ab, allerdings erhalten wir wieder ein paar mehr Informationen im Buch. Der Goblin Slayer gibt dem Buch zu bedenken, dass es dem Stamm gut gehen muss, sonst hätten sie die Wölfe längst gegessen. Er erklärt der Elfe auch, warum sie kurz vor der Nacht zuschlagen. Für die Biester ist das wohl der frühe Morgen, heißt es im Buch. Wir erfahren ebenfalls noch im Buch, dass der Bogen der Elfe aus einem langen, geraden Eibenast besteht und die Sehne der Faden einer Spinne ist. Der Rest in der Novel ist wie im Anime zu sehen. Episode 4, Band 1 der Goblins Slayer Light Novel Kapitel 7 bis 9. Die Folge beginnt mit den 5 Abenteurern vor der Ruine. Die Szene läuft im Anime leicht anders ab als in der Novel. Die Abenteurer haben sich natürlich mit dem Blut der Goblins getarnt wie im Anime zu sehen. Der kleine Sketch mit der Priesterin mit ihrem leeren Gesichtsausdruck und der Aussage, man gewöhnt sich schon daran, den ihr sicher aus vielen Memes kennt, folgt in der Novel allerdings erst, als sie die Ruine schon betreten haben. Die erledigten Goblins und den Wolf verstecken die Abenteurer in der Novel dann noch im Gebüsch. Die Truppe betritt also wie im Anime zu sehen die Ruine, werden in der Novel auch wieder mehr Informationen geliefert. Es wird erklärt, warum der Goblins Slayer mit dem Schwert an die Wand und an den Boden klopft. Er sucht nach Fallen. Wir erfahren auch mit welch appetitlicher Flüssigkeit der Goblins Slayer alle einreibt, um den Geruch zu überdecken. Nach dem Buch ist es eine Flüssigkeit aus der Leber des Goblins. Die Novel gibt uns auch eine Begründung, warum der Goblins Slayer in dieser Ruine kein Feuer verwenden wird. Da es eine Ruine der Elfen war, wirken die Gebete auch hier noch nach. Was wir ebenfalls noch erfahren aus dem Buch ist, dass Zwergen, Elfe und Echsenmenschen alle eine unterschiedlich gute Nachtsicht haben. Daher trägt der Goblins Slayer die Fackel eigentlich nur für die Menschen der Gruppe. Die wichtigste Feststellung in dieser Szene, die im Anime fehlt, die Priesterin ist entgegen ihres Glaubens kein Klotz am Bein. Ein Magier war auch nicht wirklich viel nützlicher als sie, da dieser erst auf den Platinrang wirklich viele Zauber wirken konnte. Ähnlich dem Anime erreichen die Abenteurer bald eine Kreuzung. Dort sind die Abenteurer vorsichtig, da die Elfe eine Falle entdeckt, die relativ neu ist. In der Novel läuft die Szene sehr ähnlich, wir erhalten nur wieder ein paar mehr Informationen. Der Goblin Slayer denkt darüber nach, die Falle zu aktivieren, um den Goblins aufzulauern. Er verwirft die Idee aber wieder. Die Elfe tut sich schwer, auf dem Steinboden Spuren zu erkennen. In einer normalen Höhle hätte sie im Buch keine Probleme gehabt, heißt es. Daher springt der Zwerg ein. Wie im Anime zu sehen? Wie im Anime zu sehen, kommt die Gruppe darauf, dass der Schlafplatz links sein muss. Der Goblins Slayer entschließt sich, wie ihr es im Anime zu sehen bekommt, nach rechts zu gehen. Als sie durch den rechten Gang gehen, bemerken sie einen üblen Geruch. Dort befindet sich die Kloake der Goblins. Sie finden dort eine abgemagerte und schwer verletzte Elfe an der Wand. Anders jedoch als im Anime zu sehen, rennt die Priesterin in der Novel direkt zur schwachen Elfe und wird nicht vom Goblins Slayer aufgehalten. Er ermutigt sie sogar hinzugehen. Die Priesterin wollte ihr einen Heiltrank geben, aber der Echsenmensch gab in der Novel zu bedenken, dass sie daran ersticken könnte. Was wir nicht im Anime zu sehen bekommen ist, dass die Priesterin daraufhin ein Heilwunder wirkt. Was im Übrigen auch erklärt, weshalb sie danach beim Gespräch am Lagerfeuer nur noch zwei Wunder hatte. Der Goblins Slayer fragt die Elfe, ob sie die Gefangene kennt. Diese verneint. Als der Goblins Slayer dann den Anschein macht, er würde die Elfe auf ihren Wunsch hin töten, versucht die Priesterin den Slayer nicht nur mit Worten aufzuhalten, wie es im Anime zu sehen ist, sondern stellt sich ihm sogar in der Novel aktiv in den Weg. Es geht ab diesem Punkt weiter wie im Anime zu sehen. Der Goblins Slayer tötet den Goblin, der sich im Unrat versteckt hat und die Abenteurer bringen die Elfe weg. Auch hier hat die Novel wieder etwas mehr Informationen für uns parat. Als der Echsenmensch den Drachenzahnkrieger erstmals beschwört, erkundigt sich der Goblins Slayer im Buch nach dessen Fähigkeiten im Kampf. Scheinbar schafft einer der Krieger gut zwei Goblins. Der Goblins Slayer studiert daraufhin, wie im Anime die Karte und kommt zu dem Schluss, dass der große Raum links der Schlafplatz sein muss. Sonst wäre hier einfach kein Platz. Er hat in der Novel noch ein paar Salben aus der Tasche der Elfen genommen, bevor er den Rucksack an die Elfe weitergab. Der Echsenmensch und der Zwerg fragten sich in der Novel währenddessen, ob der Goblins Slayer überhaupt noch menschlich ist. Sie kommen zu dem Schluss, dass man wohl verrückt sein muss, um ein Profi in seinem Beruf zu werden. Der Weg der Truppe in den Schlafraum der Goblins wird in der Novel so porträtiert, wie es im Anime gezeigt wird. Es gibt allerdings noch eine kleine Nuance, nenne ich es in der Novel. Wir bekommen noch einen Gedanken der Priesterin mit, die sich Sorgen um die Elfe macht, da ihre Schüsse nicht mehr so präzise sind. Danach folgt die Szene, in der die Gruppe eine kleine Pause macht, wie ihr sie aus dem Anime kennt. Die Szene ist insgesamt im Anime sehr nah an der Novel. Wir erhalten im Buch nur wieder mehr Hintergründe. Es gibt eine kurze Erklärung zur Magie. Hochrangige Zauberer können mehr Magie einsetzen als Anfänger, aber nicht viel mehr heißt es darin. Ihre Kraft liegt vor allem in der Komplexität und Variationen der Zauber. Daher sind Zauber wertvoll und sollten nicht verschwendet werden. Alles andere kann den Tod bedeuten. Nach ihrer kleinen Pause machen sich die Abenteurer auf den Weg in den Schlafraum der Goblins. Die Szene ist in der Novel und dem Anime identisch. Der Goblins Slayer hat also einen Plan, die Goblins zu vernichten. In der Novel ist die nächste Szene interessant geschrieben. Der Inhalt des Anime ist so gut wie identisch mit der Novel, allerdings wird das Einschläfern in der Novel aus der Sicht eines Goblins erzählt, der gerade aufgewacht ist. Etwas mehr Informationen für euch. Es war seine Zeit gewesen, seine Schicht für die Wache am Eingang der Ruine zu übernehmen, heißt es im Buch. Der Goblin denkt auch kurz darüber nach, noch ein bisschen die gefangene Elfe zu quälen, auch wenn sie nicht mehr so schön schrie. Er hofft, sie würden bald eine neue fangen. Er sah darauf einen Zwerg, der einen komischen Tanz aufführt und eine Priesterin. Als er seine Kameraden warnen will, kommen keine Laute heraus und er wurde ganz schläfrig. Die Tötung der Goblins durch die Abenteurer wird auch in der Light Novel beschrieben, wie es im Anime zu sehen ist. Als die Abenteurer ihren Weg in die Ruine fortsetzen wollen, taucht ein Oger auf. In der Novel erhalten wir noch ein paar Hintergrundinformationen rund um den Oger. Während Goblins Menschen hassten, sind sie für Oger einfach nur Beute, heißt es im Buch. Jeder, der einen Kampf mit einem Oger überlebte, erzählt von ihrer ungeheuren Stärke. Ein Ritter mit einem schweren Schild wurde zu einem Fleischklumpen verarbeitet. Ein Held stellte sich ebenfalls einst einem Oger. Doch nach 100 Tagen konnte er diesem keinen Kratzer zufügen, bevor der Oger ihn mit einem mächtigen Feuerzauber verbrannte. Die Szene verläuft ansonsten wie im Anime zu sehen und der Oger bereitet einen mächtigen Zauber vor, um die Abenteurer zu vernichten. Die Elfe ruft alle dazu auf, sich zu verteilen. Der Novel nach ist dies eine übliche Taktik bei solchen Angriffen, um die Auslöschung der kompletten Gruppe zu vermeiden. Die Priesterin stellt sich jedoch schützend vor alle und wirkt ihren Schutzwall. Eine Kleinigkeit, die im Anime nicht ganz deutlich wurde. In der Light Novel wirkt die Priesterin nur einen Schutzwall, um den Feuerball abzuwehren. Das erscheint mir auch logisch, da die Priesterin zu diesem Zeitpunkt schon die Wunder heilen und Stille eingesetzt hatte. Es blieb ihr an diesem Tag also nur ein Wunder übrig. Im Anime sagt die Priesterin das Gebet für den Schutzwall allerdings zweimal auf. Hatte sie das Wunder also zweimal gewirkt? Bin mir nicht ganz sicher. Sollte sie tatsächlich zwei Schutzwelle gewirkt haben, wäre dies ein logischer Fehler im Anime. Der Angriff des Ogres verläuft ansonsten wie im Anime zu sehen. Die restlichen Abenteurer beginnen also den Kampf mit dem Oger, während die Priesterin ihnen das Leben mit dem Schutzwall gerettet hatte. In der Novel verläuft dies, sehr ähnlich zum Anime, es kommt in der Novel noch dazu, dass der Oger den Zwerg für seine lächerlichen Steinchen verspottete. Der Zwerg bereut daraufhin im Buch nicht den Zauber Feuerball gelernt zu haben. Vielleicht hätte er lieber Trunkenheit einsetzen sollen, dachte er auch in der Novel nach. Der Echsenmensch und der Zwerg dachten auch kurz noch daran, die Flucht zu ergreifen, verwarfen den Gedanken aber schnell wieder. Es würde sie beschämen. Der Oger erwischte den Goblinslayer mit einem harten Treffer und die Priesterin eilt an seine Seite, um ihm zu helfen. Die Heilung des Goblinslayer wird im Anime korrekt nach der Novel dargestellt. Die gesamte Szene rund um den Angriff des Goblinslayer auf den Oger mit der Portalschriftrolle wird im Anime dargestellt, wie es in der Novel steht. Naja, fast. Im Buch benutzt der Zwerg zu diesem Zeitpunkt statt dem Steinhagel seine Schleuder, da ihm seine Zauber ausgegangen sind. Die Abenteurer verlassen nach ihrem Sieg über den Oger, erschöpft die Ruine, wo die Elfen warten, die durch den Brief der verletzten Elfe gewarnt wurden. Die Szene, als die Abenteurer in die Kutsche ins Dorf zurückkehren, ist dem Anime und der Leitnovel sehr ähnlich. Es gibt nur ein paar kleine Extras in der Novel, dass sich die Elfe nicht fühlt wie nach einem Abenteuer, sondern einfach nur leer. Die Szene nach den Credits der Folge rund um die Kuri hatten bei einem entsprechenden Kapitel der Leitnovel nicht zu finden. Episode 5. Band 1 der Goblinslayer Leitnovel Kapitel 10, teilweise. Band 2 der Goblinslayer Leitnovel Kapitel 1 und Band 4 der Goblinslayer Leitnovel Kapitel 1. Diese Folge hier ist mit Folge 10 ein bisschen etwas Besonderes. Hier wird viel vermischt. Man hat so den ganzen Arc der Stadt des Wassers vorgezogen, um ein besseres Ende für den Anime zu haben. Der Arc findet in der Leitnovel eigentlich später statt. Die Geschichte mit den beiden Anfängern ist vieler Material aus Band 4. Die Geschichte findet aber ungefähr zur selben Zeit statt wie Band 1. Auch ist dies die einzige Folge, in der wirklich etwas Größeres fehlt und nicht nur mehr oder weniger Details. Das Kapitel 10 wird hier nur teilweise von Episode 5 und teilweise von Episode 10 adaptiert. Episode 5 enthält deswegen einige Stellen, die es so nicht in der Novel gibt, aber sehr ähnlich zu dem sind, was wir in Episode 10 zu sehen bekommen. Es wurde nur ein kleiner Teil der Ereignisse aus dem ersten Kapitel des zweiten Bandes adaptiert. Es fehlt das komplette Abenteuer der Truppe in einer weiteren Ruine, Seite 15 bis 27 des zweiten Bandes. Dieses Abenteuer findet in der Leitnovel erst nach dem Überfall der Goblins auf den Hof des Goblins Slayers statt. Als Bedingung für ihre Hilfe wollte die Elfe dort nämlich, dass der Goblins Slayer sie auf ein richtiges Abenteuer begleitet. Logischerweise kann man diese Geschichte nicht im Anime zeigen, da der Sturm der Goblins auf den Hof ans Ende des Anime verlegt wurde. Auch eine kurze Szene rund um den Goblins Slayer, seine kleine Werkstatt auf dem Hof und etwas Interaktion mit der Kuhhirtin fehlt aus denselben Gründen. Danach passiert, was wir im Anime zu sehen bekommen. Ich werde hier nicht chronologisch nach der reinen Folge vorgehen, wie die Folge sich im Anime aufbaut, da sich jedoch sehr viele verschiedene Geschichten erzählen. Also gehe ich die verschiedenen Geschichten und die Änderung von der Novel zum Anime einzeln durch. Wir machen an dieser Stelle einen Sprung in die Kanalisation der Grenzstadt. Eine Gruppe bestehend aus einem Schwertkämpfer und einer Geistlichen schlagen sich dort durch ihre ersten Aufträge. Was der Anime im Kampf gegen die Riesenratte nicht zeigt, die Heilige in Ausbildung und der junge Schwertkämpfer haben einen kleinen Streit, warum er nicht nachsetzt, um die Ratte zu töten. Der Schwertkämpfer hätte viel lieber Goblins getötet. Als die Ratte auf ihm landet, hat der junge Abenteurer etwas Blut in den Mund bekommen. Das macht ein Gegengift notwendig. Die Ratte hatte an der Leiche eines Abenteurers rumgenagt. Das Porzellantäpfelchen der Abenteurerin nahm sie an sich. Der Schwertkämpfer wollte als Beweis der toten Ratte dessen Ohr abschneiden, aber das Schwert steckte in der Ratte fest. Es taucht eine Gruppe Schaben auf und die beiden Anfänger müssen fliehen ohne Beweise. Somit gilt ihre Mission als nicht erledigt. Die Szene mit der Gildenangestellten, die den beiden nahelegt, sich zu waschen, ist im Anime und der Novel gleich. Was im Anime nicht aus der Novel erwähnt wurde, sind weitere Details der Unterbringung der beiden Abenteurer. Da er sich keine richtige Unterkunft leisten konnte, schläft der Schwertkämpfer in einem Stall. Das Geld, das er noch hatte, wird für ein paar Tage reichen, aber wenn er keins mehr hat, muss er in sein Dorf zurückkehren. Er ist damals mit seiner Kindheitsfreundin, der Heiligen in Ausbildung, zusammen in die Grenzstadt, da er sie nicht alleine hat gehen lassen wollen. Seine Kameradin hat natürlich nicht mit ihm im Stall geschlafen, sondern sich ein einfaches Zimmer in der Gilde genommen. Der junge Mann wäscht sich und schnappt sich eine Schaufel, um seine Ausrüstung auszugraben. Das Eingraben sollte gegen den Geruch der Kanalisation helfen. Es geht erstmal weiter wie im Anime. Die Anfänger hören sich weiter um und stecken die Köpfe zusammen. Vielleicht wird ihnen ja jemand eine Waffe leihen. Die Szene, die wir dazu im Anime sehen, ist auch so in der Novel zu finden. Auch das Gespräch der beiden Abenteurer mit einer befreundeten Truppe, zu der die Druidin gehört, verläuft in der Novel wie im Anime zu sehen. Die Anfänger erkunden sich auf Anraten der beiden anderen bei der Gildenangestellten, ob diese noch einen Tipp hat. Das Gespräch ist in der Novel im Vergleich zum Anime etwas länger. Die beiden kaufen bei der Gildenangestellten ein neues Gegengift im Buch. Sie erwerben auch noch Salben und Verbände. Die Gildenangestellte schlägt wie im Anime ein Kettenhemd vor. Da aber das Geld fehlte, sollten sie im Buch ein gebrauchtes nehmen. Diese stammen zwar oft von toten Abenteurern, aber die Gildenangestellte erwidert im Buch, dass sie auch verpfändet wurden oder von Abenteurern im Ruhestand verkauft wurden. Sie gibt den beiden noch den Tipp, eine Laterne mitzunehmen, die es im meist nutzlosen Abenteurer-Set gibt. Sie schlägt auch eine Fackel als Lichtquelle und Waffe vor, wie der Goblin Slayer es macht. In der Novel schämten sich die beiden an dieser Stelle dafür, wie sie damals mit der Priesterin umgegangen seien und wollten daher nicht rüber gehen. Im Anime erwähnen sie allerdings, dass sie über den Goblin Slayer gelästert hatten. Die beiden sammeln in der Novel und Anime ihren Mut zusammen und gehen zum Goblin Slayer. Anders als im Anime dargestellt, sitzt der Goblin Slayer an seinem Platz an der Wand mit der Priesterin, anstatt alleine mitten im Raum, wie es im Anime zu sehen ist. Außer, dass die Priesterin beim Goblin Slayer sitzt, läuft der Dialog sehr ähnlich zur Light Novel ab. Die beiden entdecken den Knüppel am Gürtel des Goblin Slayers und sprechen ihn darauf an. Es ist nicht der Goblin Slayer, der den beiden in der Novel den Tipp für den Knüppel gibt. Bevor die jungen Abenteurer also in die Kanalisation gehen, überprüften sie in der Novel ihre Ausrüstung. Fackeln, Kerzen, Laternen etc. Der Junge hatte sich von seinem letzten Geld einen Knüppel gekauft, was im Anime zwar nicht gezeigt, aber impliziert wird. Die beiden überlegten dann noch kurz im Buch, was passieren würde, würden sie versagen. Sie hätten nicht mehr genug Geld, um nach Hause zu kommen. Sie erkunden also weiter die Kanalisation und der Schwertkämpfer gewöhnte sich langsam an die Keule. In der Novel erhalten wir zusätzlich zu den Geschehnissen im Anime noch ein bisschen mehr Informationen. Damit der Schwertkämpfer seine Keule nicht verliert, fixiert er sie mit einem Haarband seiner Begleiterin am seinem Handgelenk. Die beiden finden mit Hilfe der Kerze das Monster, welches nun das Schwert in seinem Bauch hatte. Im Anime und in der Novel. Eine große Schabe. Die beiden besiegen diese mit einer Kombination aus Magie und dem Knüppel. Die Novel geht hier noch darauf ein, dass der junge Abenteurer der Schabe noch alle Beine abgeschnitten hat, nachdem er sie mit dem Knüppel erschlagen hatte. Wohl als Trophäe und Beweis. Nach der erfolgreichen Mission kehren die beiden zurück an die Oberfläche, um ihre Belohnung abzuholen. Die beiden feiern in der Leitnovel nicht so hart, wie es im Anime zu sehen ist. Sie erneuern von der Belohnung ihrer Ausrüstung und Vorräte und mieten sich einfache Zimmer. Beiden ist klar, dass sie noch einen langen Weg vor sich haben, heißt es in der Novel. Aber es war ein Anfang. Von der restlichen Belohnung gehen die beiden erstmal gut essen. Kommen wir mal dazu, was der Goblinslayer in dieser Folge alles gemacht hat und springen dafür nochmal zum Beginn der Episode. Der Goblinslayer wacht hier auf dem Hof auf und macht sich auf seine morgendliche Runde, wie immer in voller Montur. Ein Frühstück gemeinsam mit der Kuhhirtin und dem Onkel und die Kuhhirtin und der Goblinslayer machen sich auf den Weg in die Grenzstadt. Das Ganze kommt so nicht in diesem Kapitel der Leitnovel vor. Man musste die Folge hier ein bisschen füllen und hat daher sehr ähnliche Szenen aus Kapitel 10 verwendet, aber nicht genau dieselben. Der Slayer und die Kuhhirtin gehen also in die Stadt. Die Szene, in der der Goblinslayer den Wagen ablehnt, ist auch so im Kapitel der Leitnovel enthalten. Der Dialog zwischen dem Echsenmensch, dem Zwerg, der Elfe und dem Goblinslayer läuft ab, wie im Anime zusehen. Die Szene, in der Goblinslayer seine Ausrüstung zum Schmied bringt, ist ein Füller in dieser Folge. Es gibt zwar in der Novel eine Szene, die dieser sehr ähnlich ist, aber nicht ganz dem entspricht, was der Anime in dieser Episode zeigt. Episode 10 ist hier genauer an der Novel dran. Was im Anime und dem Kapitel dieser Novel wieder identisch ist, ist, dass der Goblinslayer in der Gildenhalle auf die Priesterin trifft, die ihm von ihrem Rangaufstieg erzählt. Das Gespräch verläuft im Anime, wie man es in der Leitnovel lesen kann. Kommen wir noch zu unserer dritten Geschichte in dieser Folge aus dem zweiten Band. Es geht hierbei darum, dass die Gildenangestellte ein paar Rangaufstiegsinterviews vor sich hat. Anders als im Anime dargestellt, trifft der Goblinslayer die Angestellte nicht in der Lobby der Gilde, sondern im Besprechungszimmer. Sie hatte ihn in der Novel zu sich gebeten. Das Gespräch verläuft ansonsten wie im Anime zu sehen, auch wenn der Goblinslayer sich in der Leitnovel nicht ganz sicher ist, ob er der Richtige für den Job ist. Das Buch geht dabei näher auf die Kandidaten für den Rangaufstieg ein, die zur Gruppe des Rehaspäers gehören. Wir lernen in der Novel die Gruppe des Rehaspäers etwas näher kennen. Die Gruppe keifte sich etwas an wegen der Anspannung. Sie besteht aus einem alten Kampfmönch, einem Axtkämpfer und einer Halbelfenhexe. Die Ausrüstung aller drei Mitglieder hatte wohl schon viel mitgemacht, lässt uns die Novel wissen. Die Hexe hatte eine zerrissene Robe und ihr handgeschriebenes Zauberbuch war kurz vor dem Zerfall. Der Mönch hatte sich ein wenig gehen lassen und sich nicht rasiert. Der Axtkämpfer hatte zwar keine verrostete Ausrüstung, aber von hoher Qualität war sie auch nicht. Der letzte der Truppe, ein Rehaspäer, trug eine makellose Lederrüstung, ein Dolch und nagelneue Lederschuhe. Etwas, das wir auch im Anime zu sehen bekommen. Scheinbar hatte der Axtkämpfer auch Schulden, die er abzubezahlen hatte. Der höhere Rang würde es ihm einfacher machen. Die Hexe wollte gerne ein neues Zauberbuch und der Mönch hatte eine Familie, die er zu versorgen hatte. Als der Reha dann den Raum für das Interview betritt, bekommen wir auch noch in der Novel ein bisschen seiner Emotionen mit. Er will der Gildenangestellten am liebsten gerne mal den Hintern versohlen, damit sie etwas Emotionen zeigt. Das Interview selbst verläuft dabei so in etwa wie im Anime zu sehen. Die Gildenangestellte wirft ihm in der Novel allerdings neben seiner so viel besseren Ausrüstung auch noch vor, dass seine Berichte immer so vage sind. Es wird auch erzählt, was er genau in der Schatzkiste vorfand, die er den anderen unterschlagen hatte. So ging er nicht unüblich bei einem Reha-Spieler voraus und fand eine Schatzkiste, lässt uns die Novel wissen. Diese konnte er sehr leicht öffnen, da sie nicht gesichert war. Den Inhalt steckte er ein und verschloss die Kiste wieder. Schließlich waren leere Schatzkisten ja nicht ungewöhnlich, lässt uns die Novel wissen. Der Rest verläuft wie im Anime zu sehen. Wütend über seine Abstufung verlässt der Reha schließlich den Raum und auch der Goblin Slayer verlässt den Raum nach getaner Arbeit. Der Dialog zwischen der Angestellten und der Inspektorin verläuft ähnlich wie im Anime mit ein paar mehr Schwärmereien der Angestellten. Wir erfahren in der Novel, dass sie wohl immer schon eher auf gröbere Typen wie den Goblin Slayer stand. Sie macht sich aber Gedanken, dass sie zumindest mal zum Essen einladen könnte. Das wird aber wohl nie passieren und sie selbst hatte nicht den Mut dazu, den Stein des Anstoßes zu geben. Der Goblin Slayer würde jedoch schneller zurückkommen, als die Gildenangestellte gedacht hat. Ähnlich wie im Anime zu sehen, kommt er zurück mit einem Auftrag aus der Stadt des Wassers. Episode 6 Band 2 der Goblin Slayer Light Novel, Kapitel 1, also der Rest und die Kapitel 2 und 3. Zu Anfang dieser Episode sehen wir die Heldin und ihre Party, die Lakaien des Dämonenkönigs besiegen. Die Szene gibt es auch so in der Novel, aber eigentlich kam diese erst in Band 2 in einem Zwischenkapitel zwischen Kapitel 8 und 9 vor. Der Dämonenkönig war der Drahtzieher des Angriffs auf die Stadt des Wassers, heißt es darin weiter. Wir springen in die Taverne der Gilde. Im Anime kommt der Goblin Slayer hereingestapft, während er in der Novel bereits am Tisch sitzt, um sich mit seinen Kameraden über seine neue Mission zu unterhalten. Die Szene läuft im Anime wieder sehr ähnlich, wie es in der Novel beschrieben ist. Die Novel hat aber hier wieder mehr Informationen zu den Abenteurern zu Tisch. Der Zwerg war damit beschäftigt, Edelsteine in das Futter seiner Jacke zu nähen, während der Goblin Slayer die Details der Missionen durchgibt. Alle der Gruppe waren sich schnell einig, dass sie den Goblin Slayer begleiten wollen. Die Elfin und die Priesterin hatten dem Slayer allerdings den Einsatz von Feuer, Wasser und Giftgas verboten, ähnlich wie es im Anime zu sehen ist. Das Verbot des Giftgases bezog sich im Übrigen auf das Abenteuer, das der Anime nicht zeigte. Darin hatte der Goblin Slayer das Nest mit Giftgas erledigt. Etwas, das im Anime erst in Folge 10 teilweise gezeigt wird, ist in der Novel direkt nach der Entscheidung der Truppe zu lesen. Die Elfe und der Zwerg streiten sich mal wieder ein bisschen und machen daraus ein Fett trinken. Der Zwerg würde immer wieder einen Becher Brandwein trinken, während die Elfe Traubenwein bekam. Wer als letztes noch auf dem Stuhl ist, gewinnt. Die Abenteurer schlossen wetten darauf ab, wer gewinnen würde. Aber natürlich war es der Zwerg, der gewinnen sollte. Was der Anime aus der Novel nicht erzählte, ist, dass es in der Schenke danach noch einen richtigen Wirbel gab. Die anwesenden Abenteurer fingen eigene Wettstreite an. Der Goblin Slayer verließ mit der Priesterin die Taverne und mit der sturzbetrunkenen Elfe auf dem Rücken. Sie brachten die Elfe auf ihr Zimmer und die Priesterin half ihr dann beim Umziehen. Auf die Frage in der Novel, was sie machen sollten, wenn die Elfe morgen einen Kater hat, meinte der Goblin Slayer nur, er könnte ihr ein Gegengift geben, was wohl ein Scherz sein sollte. Am nächsten Tag fuhren die Abenteurer dann mit der Kutsche in die Stadt des Wassers. Die Kutschfahrt selbst zeigt im Anime genau das, was in der Novel dazu steht. Frisch angekommen gehen unsere wackeren Helden durch die Stadt des Wassers zu ihrem Ziel, dem Tempel des Rechts. Die Novel hat hier im Gegensatz zum Anime nur etwas mehr Smalltalk und bringt den Fakt ein, dass die Elfe schon mal in der Stadt des Wassers war und sich daher auskannte. Sie übernimmt daher die Führung der Gruppe. In der Novel unterhielten sich die Abenteurer an dieser Stelle allerdings nicht über das hiesige Essen in der Stadt und das Mehl in der Gegend. Das folgt in der Novel noch etwas später, dazu gleich mehr. Die Szene, als die Abenteurer den Tempel erreichen und die Priesterin über den Tempel staunt, wird im Anime so dargestellt, wie es in der Novel steht. Der Weg zur Jungfrau des Schwertes, auch Schwertmaid genannt selbst, ist im Anime auch so dargestellt, wie es in der Novel steht. Mit einem kleinen Unterschied. Während die Priesterin im Anime die Geschichte der Jungfrau erzählt, während sie auf dem Weg zum Altarraum sind, erfolgt dies in der Novel, als sie vor der Schwertmaid am Altar stehen. Während die Schwertmaid unsere Abenteurergruppe in der Novel begrüßte, schlug sie ein Kreuz über der Brust, wie es für Christen üblich war. Die Begrüßung läuft im Anime ab, wie es in der Novel zu lesen ist. Es gibt in der Novel noch weitere Erklärungen rund um den Glauben in der Welt des Goblin Slayers. Der Zwerg und die Elfin zeigen sich begeistert vom Altarraum. Schließlich wollen auch die Zwerge und Elfen ein rechtschaffendes Leben vor den Göttern führen. Sie vertrauten aber nach der Novel nicht so oft die Götter, da sie meist eher an Naturgeister glaubten. Manche Zwerge würden allerdings doch an den Gott der Schmiede glauben, aber damit hat sich's. Auf der Seite der Elfen gab es auch nur wenige, die Priester werden würden. Im Großen und Ganzen verläuft das Gespräch mit der Schwertmaid, was darauf folgt, wie im Anime gezeigt. Zusätzlich zum Einsatz von Feuer, Wasser und Giftgas verbot die Elfe dem Goblin Slayer in der Novel noch den Einsatz von Eingeweiden. Ich glaube, ihr könnt euch vorstellen, warum. Weiteres aus der Novel betrifft den Einsatz von Soldaten gegen die Goblins. Soldaten geben sich normalerweise nicht mit Goblins ab, heißt es darin. Und die Abenteurer sind einfacher für die Stadt des Wassers. Soldaten müssten ausgerüstet und bezahlt werden und wenn die sterben, muss die Stadt eine Entschädigung zahlen, heißt es in der Novel weiter. Abenteurer sind auf sich gestellt, daher sind Abenteurer in dem Fall besser für die gefährlichen Aufträge geeignet. Aus der Novel geht ebenfalls hervor, dass der Gruppe erlaubt wurde, bis zum Abschluss der Mission im Tempel zu übernachten. Als nächstes sehen wir im Anime unsere Truppe in den Ruinen unter der Stadt. Hier verläuft es in der Novel erstmal so, wie es im Anime gezeigt wurde. Es wurden allerdings hier und da ein paar Dinge aus der Novel ausgespart. Die Abenteurer stoßen in den Ruinen auf die Leiche eines Abenteurers. Der Goblinslayer tut im Buch also das, was er immer tut und plündert die Leiche, während die Priesterin ein Gebet für die verlorene Seele spricht. Im Buch hätte es der Echsenmensch auch schön gefunden, die Leiche zu begraben, damit diese den Weg zurück in den natürlichen Kreislauf findet. Wir erfahren in der Novel am Rande, dass dies auch schon der dritte Tag der Erkundung ist, etwas, was der Anime uns verschweigt. Es fängt dann, wie im Anime zu sehen, an zu regnen. Die grundsätzliche Unterhaltung, wo der Regen herkommt, ist in beiden Fassungen enthalten, allerdings lässt der Anime an dieser Stelle ein bisschen etwas weg. Der Goblinslayer weist in der Novel die Gruppe auf die Gefahren des Regens hin. Sie müssten Laternen verwenden, rutschten leichter aus und werden nass und könnten sich unterkühlen. Die Abenteurer entschließen sich daher zu einer Art Lagerfeuer in einem Nebentunnel der Ruinen. Der Goblinslayer erklärt in der Novel, warum er Laternen nicht so mag. Man kann Fackeln als Waffen verwenden und Laternen gingen ihm zu leicht kaputt. Um die Gruppe zu wärmen, gab der Zwerg jedem einen Schluck seines Brandweins. In der Novel ist die Gruppe hier eine Kleinigkeit, um bei Kräften zu bleiben und unterhält sich dabei. Sie beschließen, ein Festmahl zu genießen, wenn alles vorbei ist. Die Gruppe unterhält sich hier über die Spezialitäten der Stadt und das Mehl in der Gegend, also der Inhalt, der im Anime gezeigt wurde, als die Abenteurer auf dem Weg zum Tempel waren. Plötzlich gab es ein Geräusch. Es geht weiter wie im Anime zu sehen. Es erscheint ein Goblinschiff, das die Abenteurer bedroht. Der Kampf gegen das Schiff wird auch im Anime gezeigt, wie es die Novel hergibt. Okay, eine Kleinigkeit gibt es doch. In den Novels wirft der Goblinslayer statt einem Gefäß aus Glas, wie es im Anime zu sehen ist, ein Ei auf die Goblins, das mit Pfeffer und Gift gefüllt ist. Kaum hatten die Abenteurer das Schiff erledigt, erscheint ein Alligator. Die Flucht vor der Bestie wird im Anime und der Novel identisch dargestellt. Der Elfe fällt auf, dass sich noch mehr Schiffe nähern. Natürlich hat der Goblinslayer auch hier wieder einen Plan. Die Vernichtung der Schiffe durch den Alligator ist im Anime und der Novel identisch. Die Novel gibt uns allerdings einen Einblick in die Gedanken der Goblins auf dem Schiff. In Gefiele neues Zuhause heißt es darin. Es war einfach Abenteurer zu überfallen und die Gruppe des Slayers sollte die nächste Beute sein, da sie nun geschwächt waren. Sie dachten schon über ihren Sieg nach. In der Novel stoßen sie also mit einem Ruder gegen das Licht und werden damit vom Alligator gefressen. Und da endet unsere Episode auch schon. Episode 7, Band 2 der Goblinslayer Light Novel Kapitel 4 und 5. In der ersten Szene dieser Folge befinden wir uns mit der Priesterin im Bad des Tempels der Ordnung. Das Gespräch zwischen der Priesterin und der Jungfrau des Schwertes verläuft in der Novel und im Anime ziemlich gleich. Die Novel gibt uns hier wieder nur etwas mehr Informationen über Bäder in der Welt des Goblinslayers, aber auch etwas zum Tempel der Erdmutter, aus dem die junge Priesterin kommt. Nach der Novel lebt man im Tempel der Erdmutter bescheidener als im Tempel des Rechts. Im großen Tempel der Stadt des Wassers konnte man sich durchgehend mit warmem Wasser waschen, heißt es darin. Etwas, das für sie zu Hause selten vorkam. Sie hielt das Ganze für etwas verschwenderisch. Das Bad war so groß, weil der erhabene Gott forderte, dass alle sein Urteil gereinigt empfangen sollten. Im Bad der Frauen war die Gottheit des Bades als Frau dargestellt. Im Männerbad war es ein alter Mann. Die Gottheit des Bades hatte allerdings keine Tempel, lässt uns das Buch wissen. Sie war aber in jedem Bad untergebracht. So waren also alle Bäder ihre Tempel und alle Badenden ihre Gläubigen. In der Novel verließ die Priesterin das Bad auch vor der Jungfrau des Schwertes. Ebenfalls hatte sie sich dann direkt auch umgezogen. Die Priesterin dachte darüber nach, dass die Jungfrau etwas über die Goblins wissen muss. Im Anime wird dies nicht so deutlich. Noch dazu hatte die Priesterin hier nur ein Handtuch an. Was jedoch in der Novel und im Anime genau identisch war, waren die Gründe, weshalb die Kameraden die Priesterin nicht in die Bäder begleitet hatten. Die Elfe und der Goblin Slayer trafen sich, wie im Anime, auch in der Novel im Gildengebäude der Stadt des Wassers. Der Goblin Slayer stand allerdings in der Novel nicht vor der Tafel mit den Aufträgen, sondern traf die Elfe sitzend an einer Bank. Ähnlich wie im Anime tuschelten auch in der Light Novel die anderen anwesenden Abenteurer über das schäbige Aussehen des Goblin Slayers und wunderten sich, warum die Elfe sich mit ihm abgibt. Während die Elfe im Anime dabei nur denkt, dass es ganz schöne Hornoxen sind, geht sie in der Novel sogar nochmal ein bisschen weiter. Die Elfe schmiss sich neben den Goblin Slayer auf die Bank und schmickte sich ein wenig an ihn, sodass die Leute noch mehr anfingen zu tuscheln. Das Gespräch zwischen der Elfe und dem Goblin Slayer läuft so, wie es im Anime zu sehen ist. Wir erhalten in der Novel noch hier ein paar weitere Informationen. So hatte der Goblin Slayer seinen Brief in die Heimat einem Abenteurer mitgegeben, heißt es darin. Zwar gab es dort Postkurschen für Briefe und Pakete, aber Abenteurer waren die beste Option, wenn es schnell gehen musste, oder man etwas an den Ort schicken musste, der nicht von der Post angefahren wurde. Die Gilde versicherte ebenfalls die Lieferungen. Es wurde nur selten etwas gestohlen oder ging verloren. Der Goblin Slayer und die Elfe entschließen sich, in der Novel und dem Anime etwas einzukaufen. Die Novel sagt uns allerdings auch noch, was sie kaufen wollen. Der Goblin Slayer wollte seine Ausrüstung erneuern, während sie sich nach neuer Kleidung umsehen wollte, da der Gestank der Kanalisation sich in ihrer Kleidung festgesetzt hatte. In der Novel fragte die Elfe den Goblin Slayer auch noch, wozu man den Unterwäsche braucht. Sie verstünde das nicht. Die Gruppe bricht am nächsten Tag wieder in die Kanalisation auf. Der Goblin Slayer hatte diesmal einen Kanarienvogel dabei. Auch hier taucht wieder die Frage auf warum. Im Anime und der Light Novel sagt der Goblin Slayer, dass der Kanarienvogel Gift aufspüren kann. In der Novel ist es allerdings der Zwerg, der anmerkt, dass er es wie ein menschlicher Bergarbeiter macht. Die Zwerge fürchten sich laut der Novel eher davor, dass ein Drache erscheint und alle ihre Schätze raubt. Das Zwergenreich sollte nach der Elfe in der Light Novel bereits untergegangen sein, weil sie Dämonen, ich nehme an, Goblins ausgegraben hatten. Was der Zwerg in der Novel auch bestätigen würde. Die nächste Szene in der Novel fehlt komplett im Anime. Die Gruppe muss hier eine eingestützte Steinbrücke überqueren, um weiterzukommen. Sie überlegen, wie sie das anstellen wollen. Eine Umweg kommt nicht in Frage und die Brücke war wegen ihres Alters und der ein oder anderen Überflutung eingestürzt. Sie entscheiden daher über den Kanal zu springen. Der Plan? Einer von ihnen würde über den Kanal springen und ein Seil festmachen. Der Rest würde folgen. Und natürlich hatte die Priesterin ein hübsch gefaltetes Seil dabei. Ganz passend zu ihrem Charakter hat er das noch nicht viel Nutzung erfahren. Was eine kleine Metapher für ihre Unerfahrenheit ist, steht im Buch. Die Elfe fragt darin weiter, ob dieses aus dem Abenteurerset stammt. Wir erfahren noch mehr über den Inhalt eines Abenteurersets. Darin findet man ein Seil mit Haken, mehrere Keile, einen Hammer, eine Zunderbüchse, ein Wasserbeutel, Geschirr, Kreide, ein Messer und andere Kleinigkeiten. Der Elfe in der Leitnovel nachzuurteilen, brauchte man außer dem Seil den Rest eher weniger. Worauf die Priesterin erläutert, dass man das Set doch immer dabei haben sollte. Die Elfe springt über den Kanal und macht das Seil fest. Es geht damit weiter, dass die Gruppe fragt, wie denn der Goblin Slayer von der Portalschriftrolle erfahren hatte. Er erzählte, dass er von einer Gruppe Abenteurer gehört hatte, die vom Wasser zerquetscht worden waren, als sie ein Portal zu einer versunkenen Ruine öffneten. In der Novel überqueren also alle den Kanal. Danach folgt der Dialog aus dem Anime, dass der Goblin Slayer heute kein Aufsehen erregen wollte und dieses Mal Goblins möglichst vermeiden möchte. Die Gruppe kommt daraufhin bald in den Bereich an, der nicht kartografiert ist. Der Dialog in den Katakomben bis hin zu der verschlossenen Tür läuft in der Novel ab, wie im Anime zu sehen. Die Abenteurer beträgt einen fahrradlichen Raum. Die Szene ist in der Novel ein wenig anders als im Anime gezeigt. Der Zwerg dachte in der Novel noch an etwas sehr Wichtiges. Er hat die vom Goblin Slayer geöffnete Tür, oder zumindest einen Flügel davon, mit einem Keil gesichert. Anders als im Anime zu sehen, hielt der Goblin Slayer die Priesterin nicht auf, zur im Raum hängenden Gestalt zu gehen. Die Priesterin versuchte ihr zu helfen und wollte ein Heilwunder wirken, als ihr plötzlich auffällt, dass die Haare von der Figur runterfallen. Nachdem die Goblins dann den Keil in der Tür entfernt hatten, verschlossen diese, wie im Anime zu sehen, die Tür. Der Echsenmensch und der Zwerg versuchten in der Novel noch, die Tür erfolglos zu öffnen. Dann lassen die Goblins, wie im Anime zu sehen, giftiges Gas in den Raum ströhen, was der Gruppe durch den lauten Kanarienvogel auffällt. Wir erfahren hier in der Novel noch ein paar Hintergründe in der brenzlichen Situation. Der Echsenmensch hatte hier zum Beispiel eine Giftresistenz. Bei ihm wirkt das Gift daher nicht so schnell, weshalb er der Priesterin bei den improvisierten Kohlemasken hilft. Auch der Vogelkäfig hat in der Novel übrigens einer von den insgesamt sechs Masken bekommen. Goblin Slayer hätte zwar nach der Novel lieber Masken dabei gehabt, wie sie Pestärzte benutzen, verwarf die Idee aber wohl wieder. Der Rest der Szene rund um die Verstopfung der Löcher und so weiter verläuft im Anime und der Light Novel identisch. Die Vorbereitung der Abenteurer-Truppe und der danach folgende Einmarsch der Goblins ist im Anime und der Light Novel bis zu einem Punkt identisch. Als der Champion sich in den Kampf einmischt, gehen Anime und Light Novel wieder leicht auseinander. Der Goblin Slayer hatte zu diesem Zeitpunkt schon Erfahrungen mit den Champions, aufgrund der Schlachten im Bauernhof. Zumindest in der Novel. Er wusste, dass die Champions sehr stark sein würden, wenn sie sogar die Ritterin und den Patzerkrieger in Schach halten konnten. Logisch, dass das im Anime fehlt, hat die Schlacht zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht stattgefunden. Der Plan des Goblin Slayers war es, den Champion mit einem Schlag zu erledigen, wie es ein Reha mal geschafft haben soll. Das ging allerdings, wie im Anime gut zu sehen ist, auch in der Light Novel ziemlich schief. Der Goblin Slayer musste einen harten Treffer einstecken, was die Gruppe aus dem Gleichgewicht bringt und den Goblins ermöglicht, die kurz verwirrten Abenteurer zu überwältigen. Diese Szene ist in der Anime und der Light Novel so gut wie gleich. Das gilt auch dafür, dass der Champion sich die Priesterin schnappt, um ein Stück aus ihr herauszubeißen. Allerdings kam es mir im Anime eher so vor, als hat der Champion ein Stück des Armes statt wie in der Novel ein Stück der Schulter herausgebissen. Die Schreie und Verzweiflung seiner Kameraden bringen den Goblin Slayer wieder zu Kräften. Wir erfahren in der Novel auch noch etwas mehr, was das angeht. Goblin Slayer war in einen Hohlraum unter einem Sarg gelandet, der eine Treppe hatte. Es wird in der Novel etwas deutlicher, dass der Goblin Slayer sich einiges gebrochen haben muss bei dem Sturz. Was im Anime nicht so erwähnt wird, ist, dass der Goblin Slayer aus den Haaren und der Wirbelsäule der Toten Abenteurerin eine Art Schlinge gebastelt hat und nicht nur ihre Waffe als eine Art improvisierte Waffe einsetzte. Die anschließend folgende Szene, in der der Goblin Slayer ein paar Goblins überrascht und dann den Champion wirkt, sind im Anime und der Light Novel im Grunde identisch. Die genaue Adaption bleibt uns auch erhalten, bis die Goblins dann panisch den Raum verlassen. Der Zusammenbruch des Goblin Slayers, nachdem sich dieser mit Hilfe der Elfe und des Zwerges zur Priesterin geschleppt hat, verlief leicht anders als in der Light Novel. Die Elfe hatte den Goblin Slayer in der Novel an einen Steinsarg gelehnt, wo dieser langsam das Bewusstsein verlor, nachdem er sich versichert hatte, dass es der Priesterin entsprechend der Umstände gut ginge. Er ist also nicht zusammengebrochen, wie es im Anime zu sehen war. Danach folgte im Anime noch eine etwas komische Szene mit dem Kanarienvogel. Die Folge war dafür sogar extra eine Minute länger. Was das sollte, weiß ich allerdings auch nicht. Die Szene zeigt einfach nur eine ganze Minute lang die Reflexion der Gruppe im Auge des Kanarienvogels. Ich kann mir hier nur vorstellen, dass das Team des Anime hier eine gewisse Spannung erzeugen wollte, sah man in der Szene so vor, wie der Goblin Slayer zusammenbrach. Vielleicht wollte man den Zuschauer ein bisschen täuschen und implizieren, der Slayer findet hier sein Ende? Im Buch ist die Szene natürlich so nicht enthalten. Episode 8, Band 2 der Goblin Slayer Light Novel, Kapitel 6 bis 9 in Teilen. Die Folge beginnt mit einem Flashback des Goblin Slayers an früher. Der grundsätzliche Aufbau der Szene ist im Anime und der Novel relativ gleich. Es geht immer um das Training des jungen Goblin Slayer durch seinen Meister. Die Novel ist an dieser Stelle ausführlicher, umfasst dieses Flashback durch ein ganzes, wenn auch eher kurzes Kapitel. Wir erfahren in der Novel alle möglichen Namen von Goblin Slayers Meister. Schleicher oder Vagabund heißt er. Der Schleicher stellt ihm in der Novel und im Anime Rätsel der Götter, eine uralte Form des Kampfes. Noch älter als das Würfelspiel der Götter selbst, heißt es in der Novel. In der Novel gibt es auch mehr Rätsel. Es geht dabei um etwas, das frei durch die Luft fliegen kann und einen grausamen Rüssel besitzt, der Blut saugt. Ein Erzfeind. Wenn man ihn erschlägt, fließt aber das eigene Blut. Natürlich geht es hier um Mücken. Das nächste Rätsel, was im Anime fehlt, lautet Den Meeren fehlt das Wasser, die Flüsse fließen nicht mehr, die Bäume der Wälder sind vertrocknet, die Gebäude der Stadt sind eingestürzt und es sind keine Menschen zu sehen. Wo ist dieser Ort? Die Novel gibt uns auch hier wieder die Antwort. Eine Karte fiel dem Goblin Slayer nach etwas Zeit ein. Es folgt das Rätsel um das Nichts bekannt aus dem Anime. Die nächste Frage aus der Light Novel war wieder nicht im Anime. Was erscheint schwarz und geben von schwarz in schwarz innerhalb von schwarz? Das war eine Menge schwarz, ich weiß. Die Antwort aus der Novel? Ein Goblin im Bauch einer Frau, gefangen in einem Goblin Käfig in einer Höhle. Es folgt daraufhin das Rätsel um den Tod und dann die Frage, was der Meister in seiner Tasche hat, wie im Anime zu sehen. Dann wacht der Goblin Slayer im Anime und in der Light Novel auf. In der Light Novel denkt er allerdings noch etwas nach, ehe er aufsteht. Es waren fünf Jahre gewesen, dass er seinen Meister das letzte Mal gesehen hat. Er hatte ihn mit zehn Jahren aufgenommen und fünf Jahre trainiert. Danach verschwand er einfach, lässt uns die Novel wissen. Danach betritt ähnlich wie im Anime die Jungfrau des Schwertes das Zimmer, in dem der Goblin Slayer und die Priesterin nächtigten. Die Schwertmaid kam allerdings, anders als im Anime zu sehen, mit ihrer Augenbinde ins Zimmer. Sie legte in der Light Novel die Augenbinde erst später ab. Wir bekommen in der Light Novel eine Erklärung zum Wunder Auferstehung oder Belebung, wie es im Anime heißt. Es ist ein legendäres Heilwunder. Dazu musste eine reine Jungfrau das Bett mit einem Wesen teilen, damit sich dieses am Leben festklammern kann. Das Wunder könnte allerdings keine Toten beleben, heißt es in der Novel weiter. Nur ausgewählte Personen kamen in den Genuss des Wunders. Und dazu gibt uns die Novel drei Gründe. Zum einen, es war für die meisten Wesen unmöglich, in einem Tempel oder einem ähnlich heiligen Ort zu übernachten. Zweitens, nur hochrangige Diener des Gottes konnten überhaupt das Wunder einsetzen und waren dazu auch noch bereit, das Wunder für ein anderes Wesen zu wirken. Und Nummer drei, die Prozedur war sehr teuer, was sich die Dienerin dann in Form von Spenden an die Kirche bezahlen ließ. Und nur die wenigsten hatten so viel Geld. Etwas, was der Anime uns auch verschweigt, ist, dass die Schwertmaid die Gebühr für die Wiederbelebung von der Belohnung der Abenteuer einbehalten würde. Der Rest des Dialogs verläuft dabei wie im Anime zu sehen. Die Szene, in der die Priesterin aufwacht, ist im Anime sehr ähnlich dargestellt, wie sie in der Leitnovel beschrieben wird. Nur eine Kleinigkeit gibt es hier. Die Novel sagt, dass die Robe der Priesterin fein säuberlich geflickt worden war. Ich bin mir allerdings nicht sicher, ob das auch die weiße Robe betraf oder nur das, was sie darunter trägt. Der Anime zeigt die Robe auf jeden Fall mit einem großen Loch. Als die drei anderen Mitglieder der Gruppe dann das Zimmer stürmen, läuft die Szene im Anime und der Leitnovel identisch ab. Das daraufhin folgende gemeinsame Essen, um das weitere Vorgehen zu besprechen, wird in der Novel nur erzählt und nicht direkt gezeigt wie im Anime. Inhaltlich passt hier aber wieder alles zusammen. Es wird aber in der Novel klarer, was das Ziel der Dreiergruppe bestehend aus Elfe, Zwerge und Echsenmensch an diesem Tag sein sollte. Sie wollten den Hohlraum in der Treppe untersuchen, den der Goblinslayer am Tag zuvor freigelegt hatte. Ein Fakt, den uns der Anime einfach unterschlägt, weil wir es ja nie gesehen haben. Die drei machen sich also auf in die Ruinen und Goblinslayer und die Priesterin haben einen freien Tag, um sich auszuruhen und die Ausrüstung auszubessern. Goblinslayer und die Priesterin gehen zusammen durch die Stadt. In der Novel wird noch erwähnt, dass Goblinslayer und die Priesterin noch bei einem Schmied in der Gilde waren. Dieser hatte aber keine Zeit, ihre Ausrüstung zu reparieren, daher suchten sie nach einem anderen Laden. Die restliche Szene und die Unterhaltung zwischen den beiden sind im Anime enthalten, wie sie in der Novel zu finden sind. Bald darauf finden die beiden einen Ausrüstungsladen. Hier lässt der Anime auch ein bisschen etwas weg. Die Priesterin überlegte sich beim Schmied in der Leitnovel zum Beispiel kurz, ob sie sich ein Flegel kaufen sollte, den sie dort entdeckt hatte. Sie wollte allerdings nicht in erster Reihe kämpfen und für die Verteidigung reichte wohl der Stab aus. Daher verwarf sie diesen Gedanken wieder schnell. Der Schmied fragte in der Leitnovel noch nach, ob er die Ausrüstung des Goblinslayers sauber machen soll und den Griff des Schildes reparieren soll, was der Goblinslayer beides verneinte. Der Schmied versuchte dem Goblinslayer auch noch in der Leitnovel ein paar teure Waffen zu verkaufen. Ein Mithril-Schwert oder eine Zwergenklinge vielleicht. Den Goblinslayer interessierte das aber wenig. Auch eine verzauberte Klinge, die bei Haranda entgegen ein Geräusch von sich gibt und nie stumpf wird, hat der Goblinslayer in der Leitnovel abgelehnt. Er gab einen Auftrag zur Reparatur des Catnambes der Priesterin und seiner eigenen Ausrüstung auf, wie im Anime zu sehen. Die beiden verlassen daraufhin den Laden und gehen zu einem kleinen Markt. In der Novel weist die Priesterin den Slayer darauf hin, dass er den Verkäufer ziemlich verwirrt haben muss. Sagt ihm der Slayer doch, dass er die Klinge deswegen so stark abschliff, weil er sie sowieso wegwerfen würde. Die Priesterin machte in der Novel auch noch den Slayer etwas nach und musste noch etwas lachen. Wobei die Lehren der Erdmutter es ihr eigentlich verboten hatten, sich so über andere Wesen zu amüsieren. Aber ein bisschen sei doch in Ordnung. Danach finden sie sich wie im Anime an dem Eisstand wieder. Wir erhalten in der Novel wieder etwas mehr Informationen. Die Priesterin hatte im Tempel nur wenig Süßes gegessen, weswegen ihr das süße Eis besonders gut schmeckte. Der Eisverkäufer weist die beiden in der Novel auch noch darauf hin, dass gekühlte Alkohol und Früchte auch super schmecken. Auch war es in der Novel der Ladenbesitzer und nicht ein Wissenschaftler, der auf die Idee kam, dass gefrorene Kuhmilch sicher auch sehr gut schmecken würde. Nachdem die beiden sich hier ein Eis gekauft hatten, setzten sie sich wie im Anime auf eine Bank. Die Priesterin hatte ihr Eis allerdings schon fertig gegessen, bevor das Gespräch zwischen den beiden in der Novel begann. Die Kirsche, die sie später im Anime und in der Novel im Mund hatte, hatte sie vom Eis des Goblinslayers gemobst. Der Inhalt des Gesprächs ist zwischen Anime und Light Novel identisch. Die Szene rund um den herbestellten Sperrkämpfer mit dem Sack Mehl läuft im Anime und Light Novel genau gleich ab. Es folgt danach in der Novel eine Szene, die nicht im Anime enthalten ist. In dieser gehen der Goblinslayer und die Priesterin zurück zum Tempel des Rechts. Die Priesterin fragt sich dort auf dem Weg, ob sie den Goblinslayer jemals einholen können wird. Vor dem Tempel treffen die beiden auf die drei Gefährten. Die drei hatten da unten etwas gefunden, über das sie reden müssten, hieß es weiter. Die Priesterin macht den Vorschlag, dass sie dies doch bei einem gemeinsamen Essen tun könnten. Im Anime folgt dann eine Szene auf dem Hof des Goblinslayers, die nicht in der Novel zu finden ist. Die Gruppe macht sich am nächsten Tag auf in die Ruinen. Dort stoßen sie auf ein Monster, das aus einer Menge Augen besteht und sie es daher Betrachter genannt haben. Die Novel geht hier einen leicht anderen Weg als im Anime, was das Wissen um den Betrachter angeht, beziehungsweise scheint die Sequenz im Anime zumindest gekürzt zu sein. In der Novel verläuft der Beginn der Begegnung mit dem Betrachter wie folgt. Die drei hatten sich dem Monster schon am Vortag nicht genähert und beschlossen, dass es am besten wäre, gemeinsam dagegen vorzugehen. Die Abenteurer wissen nicht, was das Monster kann und gehen daher vorsichtig vor. Der Zwerg meint, es wäre wohl ratsam, dafür zu sorgen, dass das Monster sie nicht sehen kann, weil es wohl mit dem Auge angreift. Sie beginnen also in der Novel sich vorsichtig dem Monster zu stellen. Als die Priesterin in der Novel versucht, ihren Schutzwall zu wirken, wird sie vom Blick des Monsters zurückgeworfen, bevor sie das Gebet beenden konnte. Die Gruppe lernt daraus, dass der Betrachter den Zauber in Zauberung kann. Der Goblin Slayer blendet den Augapfel mit einer Mischung aus Schlangengift und Pfeffer. Die Gunst der Stunde nutzt der Zwerg, um seine Geisterwand zu wirken. Sie funktioniert ähnlich wie ein Schutzwall, der Priesterin nur, dass er eine physische Form hat und auch vor Blicken schützt. Danach geht es weiter mit dem Betrachter, der mit seinen kleinen Augen die Wand fixiert, die daraufhin zu Blubbern begann. So lernten die Abenteurer vom Zauber Zerfallen. Die Abenteurer ziehen sich zur Beratung zurück, auch wenn der Betrachter beinahe die Elfe trifft. Das Auge unterbricht seine Angriffe, als die Abenteurer den Raum verlassen hatten. Es folgen die Szenen, die wir im Anime gesehen haben. Genauso sind sie auch in der Novel beschrieben. Während die Elfe durch den Raum hüpft, erfahren wir aber in der Light Novel noch, dass sie eine Schwester und Cousins hat. Der restliche Kampf mit dem Betrachter verläuft bis zur Mehlexplosion im Anime und Novel identisch. Auch das, was nach dem Kampf mit dem Betrachter passiert, ist gleich. Kommen wir also gleich zu Episode 9 aus Band 2, der Goblin Slayer Light Novel Kapitel 9 bis Kapitel 11. Episode 9 ist eine der Episoden, die sehr nah am Quellmaterial ist, daher gibt es hier weniger zu berichten. Die Abenteurer finden im Raum des Betrachters einen Portalspiegel. Die Untersuchung des Spiegels ist im Anime relativ identisch zur Novel. In der Novel untersuchen die Abenteurer den Spiegel weiter und der Echsenmensch berührt den Spiegel nochmal und es erscheint die Ruine aus dem Abenteuer zuvor, die nicht im Anime enthalten war. Die Szene rund um die herbeinahenden Goblins sind im Anime und der Light Novel identisch. Die Abenteurer bereiten sich auf den Sturm der Goblins vor, wie es im Anime zu sehen ist, verbarrikadieren sich und sammeln Munition. Was im Anime nicht klar wurde, warum hat die Priesterin nur noch ein Wunder übrig? Die Priesterin hatte im Kampf gegen den Augapfel schon zweimal Schutzwall gewirkt. Das erste wurde abgewehrt und das zweite wurde verwendet, um den Altarraum zu versiegeln. Beim Zwerg ist es im Übrigen ähnlich. Dieser hatte noch zwei Wunder, da er zuvor Geisterwand gewirkt hatte, was nicht im Anime zu sehen war, und Trunkenheit, was wir im Anime mitbekommen hatten. Die Szene, als die Goblins dann den Raum stürmen, ist in der Novel im Grunde auch, wie es im Anime gezeigt wird. Nur eine Sache. Diese betrifft die Bogenschützen der Goblins. In der Novel erfahren wir, dass der Champion ein Gefährst voller Gift herausholt und die Goblins tunken ihre Pfeile dort hinein. Dies wird im Anime nur impliziert, man sieht das Gift dort nämlich von den Pfeilspitzen heruntertropfen. Das Hereintunken der Pfeile der Goblins ist allerdings nicht zu sehen. Der Kampf an sich verläuft auch in der Novel wie im Anime zu sehen. Ich würde gerade eine kleine Anmerkung machen wollen zum besseren Verständnis der Szene. Der Ex-Mensch löst also den Spiegel von der Wand und die Abenteurer verstecken sich darunter. Die Priesterin wirkt darauf ihr heiliges Licht, während der Zwerg mit einem Steinhagel und Fallkontrolle die Decke des Raumes zum Einsturz bringt. Im Unterschied zum Anime, wo der Zwerg viele kleine Steine für den Steinhagel verwendete, zaubert der Zwerg in der Novel einen großen Stein herbei, um diesen dann mit Hilfe von Fallkontrolle in die Decke fallen zu lassen. Der Stein hatte eine ähnliche Größe wie der, den wir schon in Folge 7 gesehen haben, wo der Zwerg mit dem gleichen Zauber das Schiff der Goblins versenkte. Die Goblins sterben wegen der herabfallenden Steine, während sich die Abenteurer unter dem Spiegel in Sicherheit gebracht hatten. Die Szene an der frischen Luft läuft im Anime und der Novel identisch. Im Anime und der Light Novel gibt es hier einen Schnitt zurück in den Tempel des Rechts, wo sich der Goblinslayer mit der Jungfrau des Schwertes unterhält. Das gesamte Gespräch zwischen den beiden wird im Anime sehr nah an der Light Novel adaptiert. Es wird in der Light Novel, finde ich, nur etwas klarer, dass die Schwertmeiz sich wohl in den Goblinslayer verliebt haben muss. Auch ist die Szene im Anime etwas verwirrender als in der Novel, auch wenn sie an sich vollständig ist. Ich musste die tatsächlich mehrfach anschauen, um das alles zu verstehen. Die Abenteurer kehren nach ihrem erfolgreichen Auftrag im Anime und der Light Novel mit einer Kutsche ins Grenzland zurück. Die Szene läuft in beiden Versionen identisch ab. In der Novel bekommen wir noch zusätzlich mit, dass die Priesterin sich sicher war, dass der Goblinslayer sich gut um den Vogel kümmern würde. Aber einen Namen hat er ihm wohl sicher noch nicht gegeben, so wie sie ihn kennt. Episode 10, Band 1, Kapitel 10 Die Folge ist tatsächlich sehr ähnlich zur Folge 5, die ein bisschen etwas zusammengeschnitten hat. Es kann daher vorkommen, dass ihr hier etwas doppelt hört. Die Folge beginnt wieder mit einer Rückblende, wie die junge Kuh-Hirtin mit dem jungen Goblinslayer streitet. Die Szene rund um die Erinnerungen des Goblinslayers wird im Anime dargestellt, wie es in diesem Kapitel der Novel zu lesen ist. Goblinslayer wacht hier wieder auf und geht seinem üblichen Tagesablauf nach. Allerdings diesmal, auch wie es in der Novel geschrieben ist, ohne Rüstung. Er frühstückt mit den beiden anderen Bewohnern. Der Goblinslayer und die Kuh-Hirtin gehen wie üblich zusammen in die Grenzstadt. Der Dialog, den die beiden führen, unterscheidet sich allerdings von dem, was in der Novel steht. Goblinslayer betritt das Gildengebäude und trifft auf den Sperrkämpfer, der ihn nicht erkennt, sogar an so einer Rüstung. Der Dialog zwischen den beiden läuft ab, wie es in der Novel zu sehen ist. Der Goblinslayer holt also seine Ausrüstung beim Schmied ab. Die Szene ist in der Novel auch so enthalten, wie es im Anime zu sehen ist. Der Slayer verlässt die Gilde und geht auf den Trainingsplatz. Die Szene selbst gibt es auch so in der Novel. Der Anime erlaubt sich hier ein paar Änderungen, damit alles besser zusammenpasst. Die Ritterin hatte ihn in Kapitel 10 eigentlich gefragt, ob es ein Oger war, der ihn so zugerichtet hatte. Was natürlich an dieser Stelle im Anime nicht passen würde, da ja der ganze Ark des Stadt des Wassers zuvor passierte. Sie stürzt sich nach dem Gespräch wieder in das Training. Die Gildenangestellte kommt dazu und brachte dem Goblinslayer einen Tee mit Zitrone und Honig. Der Anime zeigt dies allerdings erst, als alle gemeinsam am Tisch sitzen. Sie erzählt dem Goblinslayer auch alleine auf dem Trainingsplatz von dem geplanten Programm für die Veteranen im Ruhestand in der Novel. Nicht wie im Anime, als alle zu Tisch sitzen. Das gesamte gemeinsame Essen der Gruppe hat sich der Anime aus Band 3 der Novel geborgt. Dort findet das Essen allerdings ohne den Goblinslayer, die Priesterin und die Kohirtin statt. Der Inhalt kommt aber ungefähr von da. Der Brief der Schwertmaid, der danach gezeigt wird, habe ich in den Novelen in den folgenden Bänden finden können. Erst in Band 5 in einer ähnlichen Form, aber etwas abgewandelt. Also der Anime hat sich hier ein bisschen eine Freiheit erlaubt, nenne ich es mal. Was aber im Hintergrund der Szene zu sehen ist, dass Goblinslayer eine Steinwand baut, einen Picknick macht mit der Kuhhirtin, ist alles so in der Novel vorhanden. Das Ende der Folge im Anime ist auch so dargestellt wie in der Novel. Episode 10,5 überspringe ich an dieser Stelle übrigens, weil es eine Zusammenfassung vom bisher Gesehenen ist. Episode 11 und 12, Band 1 der Goblinslayer Light Novel Kapitel 11 bis 13. Ich habe für dieses Video die Episoden 11 und 12 zusammengeworfen, da diese sehr eng miteinander verzahnt sind und eine Trennung daher keinen Sinn ergibt. Nachdem der Goblinslayer in der letzten Folge die Spuren der Goblins in der Nähe des Hofes gefunden hatte, will er die Kuhhirtin dazu bringen, den Hof zu verlassen, um sie zu schützen. Der Dialog verläuft aber im Anime sehr nah an der Novel. Wir erfahren im Buch nur ein paar mehr Kleinigkeiten, die der Goblinslayer im Hof gemacht hatte, um diesen zu sichern. Wie im Anime zu sehen war, hat der Slayer eine Mauer errichtet, dazu kommen in der Light Novel noch ein paar Fallen. Als sich die Kuhhirtin dann weigert, das Haus zu verlassen, muss sich der Goblinslayer nun etwas anderes ausdenken und verlässt die Hütte. In der Novel dachte er noch kurz darüber nach, ob er die Kuhhirtin notfalls mit Gewalt in Sicherheit bringen soll, verwarf den Gedanken aber wieder. Danach folgt das Gespräch mit dem Onkel, wie es im Anime zu sehen ist. Es wird daraufhin gezeigt, wie der Goblinslayer zur Gilde geht, um die anwesenden Abenteurer um Hilfe zu bitten. Insgesamt verläuft die Szene hier in beiden Versionen sehr ähnlich. Es gab im Anime allerdings ein paar Änderungen bzw. Schnitte. Die Tuscheleien der Abenteurer, als Goblinslayer seine Bitte vorträgt, sind in der Novel etwas ausführlicher. Die Truppe aus dem Zwerg, der Elfe und dem Echsenmensch saß ebenfalls an einem Tisch in der Schenke und nicht im ersten Stock, wie es im Anime zu sehen ist. Der Sperrkämpfer fragte den Goblinslayer in der Novel auch noch, was denn passieren würde, wenn er ihn als Belohnung fragen würde, ihm die Gildenangestellte zu überlassen. Worauf ihn der Goblinslayer in der Novel nur erläuterte, dass sie ihm nicht gehören würde. Danach geht das Gespräch zwischen den beiden weiter, wie im Anime zu sehen. Die Elfe sprang auch nicht vom ersten Stock runter, sondern stand von ihrem Platz auf und tippte dem Goblinslayer auf die Brust und verlangte, als Belohnung für ihre Hilfe, ein Abenteuer von ihm, wie es im Anime zu hören war. Sie hatte da eine Ruine entdeckt, führt die Novel weiter aus. Der Echsenmensch verlangte als Belohnung Käse, da sie in der Novel noch nicht in der Stadt des Wassers waren, hatte er nicht nach Eiscreme verlangt, da er diese noch nicht kannte. Der Rest der Szene verläuft wie im Anime zu sehen. Wir springen im Anime und der Novel in die Nacht des Angriffs. Das Buch gewährt uns hier einen Einblick in die Vorbereitung der Goblins auf den Angriff und einen Einblick in die Pläne des Lords. Er wollte jeden einzelnen Abenteurer am liebsten fehlen, schreibt die Novel. Sie hatten damals sein Nest zerstört und er will Rache. Der Plan war, zuerst den Bauernhof zu überfallen, um die dort lebenden Schafe und Kühe zu essen. Mit dem Mädchen, der Kuhhirtin, wollte er seine Armee vergrößern und dann das Dorf der Abenteurer angreifen. Dann würden sie alles vorbereiten, um die Hauptstadt der Menschen, mitsamt aller Abenteurer, dem Erdboden gleich zu machen. Die Goblins beginnen ihren Angriff auf den Hof und ziehen mit Fleischshilden voran, wie es im Anime zu sehen ist. Hier zeigt der Anime sogar expliziter, was passiert ist. Denn im Buch wird nicht explizit erwähnt, dass Trunkenheit und Schlaf auf die Goblins gewirkt worden war. Dort erfahren wir nur, dass die Goblins einschlafen und die Abenteurer die Fleischschilde in ihren Besitz nehmen und die Frauen in Sicherheit bringen. Sobald sie die Frauen in Sicherheit gebracht hatten, setzten die Abenteurer zum Gegenschlag an. Dies wird im Anime dargestellt, wie es in der Novel steht. Es tauchen die Goblins auf den Wölfen auf. Anders als im Anime weiß hier aber der Zwergenschamane, der die Gruppe auf die Reiter aufmerksam macht und nicht irgendwelche random Abenteurer. Die restliche Szene rund um die Tötung der Reiter verläuft auch im Buch, wie im Anime zu sehen. Der Anime und die Light Novel erklären uns an diesem Punkt, wie gut vorbereitet Goblinslayer auf den Angriff war und gaben einen Einblick in den Plan. Die Inhalte sind in beiden Versionen identisch, nur die Präsentation ist im Anime und Novel unterschiedlich. Die Szene, in der die Goblin Champions und die Hobbs auftauchen, sind in Anime und Light Novel identisch. Mit dem einen Unterschied, dass es nicht irgendein Abenteurer war, der danach fragte, wo der Goblinslayer abgeblieben ist, sondern der werte Sperrkämpfer. Eine Szene des Anime etwas später in der Folge, die hinzugefügt wurde, ist, dass der Anfänger Schwertkämpfer, bekannt aus Folge 5, fast von einem Goblin getötet wurde. Er hatte aber keinen Kratzer bekommen, trotz des Überraschungsangriffes. Glücklicherweise hatte er seine Ausrüstung mittlerweile verbessert. Auch die Kämpfe des Sperrkämpfers, der Ritterin und des Panzerkriegers mit den Goblin Champions später in der Folge sind in der Novel nicht enthalten. Der Anime zeigt hier also etwas mehr Action. Kommen wir zum Kampf des Goblinslayers mit dem Goblinlord. Als der Kampf aussichtslos wird, entscheidet sich der Lord, wie im Anime zu sehen, zur Flucht. In der Novel erhalten wir allerdings einen tieferen Einblick in die Gedanken des Lords während der Flucht. Der Anime kürzt dies. Die Novel schreibt, als er noch ein kleiner Goblin war, wurde sein Nest überfallen und er wurde als einziger verschont. Prompt nahm er sich einen Stein und erschlug die Abenteurerin, was auch im Anime kurz zu sehen war im Übrigen. Er lernte so, dass Abenteurer sehr zahm wurden, wenn man ihn mit einem Stein auf den Kopf baute. Ein Knüppel war sogar noch besser. Er lernte, wie man Waffen und Rüstungen nutzt und die Abenteurer hatten ihn auf die Idee gebracht, eine eigene Horde zu gründen, weil sie auch in Gruppen unterwegs waren. Durch seine lange Zeit als Wanderer wurden sein Körper und sein Geist trainiert und er wollte es den Abenteurern heimzahlen. Kommen wir zum Kampf des Goblinslayers mit dem Lord. Der Kampf wird im Anime sehr nah an der Novel dargestellt. Hier gibt es nur eine Kleinigkeit. In der Novel bekommen wir noch einen Einblick in seine Pläne, weil er sich seines Sieges gewiss war. Er wollte dem Goblinslayer Arme und Beine abschlagen, ihn fehlen und seinen Kopf in der Sonne trocknen. Doch so weit würde es nicht kommen. Die Priesterin mischt sich in den Kampf ein, wie im Anime zu sehen und sperrt ihn in zwei Schutzwelle ein. Im Anime nicht zu sehen ist, dass der Lord noch versuchte, die junge Priesterin einzuschüchtern und sie wüst beschimpfte. Als er merkte, dass dies nichts bringt, ändert er seine Taktik, wie es im Anime zu sehen ist. Der Lord versucht seiner misslichen Lage durch eine Entschuldigung zu entkommen. Die Novel führt hier weiter aus. Dieser Trick hatte dem Lord schon öfter das Leben gerettet. Ein bisschen Schande machte ihm nichts aus, wenn er weiter leben darf. Eine Abenteurerin, die ihn deshalb verschonte, riss er in der Novel in Stücke und hatte seinen Spaß mit ihr. Er malte sich schon aus, was er mit der Priesterin machen würde. Allerdings sprang diese nicht darauf an und der Goblinslayer erledigt den Lord, wie im Anime zu sehen. Es geht dann weiter, wie im Anime zu sehen bzw. zu hören ist. Es wird der Plan des Goblinslayers erklärt, den Lord in drei Schutzwelle einzusperren. Die Priesterin hatte allerdings einen anderen Plan. Aber das ist alles im Anime zu sehen. Auch die Heilung des Goblinslayers durch die Priesterin und die Rückkehr der beiden zu den anderen Abenteurern auf dem Schlachtfeld ist im Anime korrekt dargestellt. Etwas, das der Anime hinzugedichtet hat, ist das Aufräumen der Abenteurer nach der Schlacht. Das war in der Novel nicht enthalten. Etwas, das wahrscheinlich auch irgendwo in der Novel in einem Zwischenkapitel zu finden sein dürfte, ist die nächste Szene rund um die Heldin und ihre Truppe und die Feier in der Hauptstadt. Ich habe sie leider nicht auf die Schnelle finden können. Kommen wir noch zu den Feierlichkeiten in der Gilde nach der gewonnenen Schlacht. Wie es sich für Abenteurer gehört, feierten die Abenteurer mit reichlich Alkohol ihren Sieg und gedenkten der gefallenen Kameraden. Die Gildenangestellte hatte daher viel zu tun, allerdings verkaufte sie nicht nur Alkohol, sondern auch das ein oder andere Mittelchen gegen den Kater am nächsten Morgen, lässt uns die Novel wissen. Eine Szene, die so nicht im Buch zu finden ist, ist die Ritterin, die sich bei der Gildenangestellte aufgrund der mickrigen Belohnung für das Erlegen des Goblin-Champions beschwert. Das macht allerdings auch Sinn, da uns die Novel ja gar nichts zu dem Kampf erzählt hat. Die dann folgenden Unterhaltungen des Goblin-Slayers an seinem üblichen Platz an der Wand mit der Kuhhütte und der Priesterin werden im Anime so gezeigt, wie es auch in der Novel zu lesen ist. Als es aber zur Bitte der Priesterin kommt, gibt es in Anime und Light Novel wieder einen kleinen Unterschied, aus dem sich die Drehbuchautoren des Animes aber geschickt versuchen herauszuwieseln. Die Priesterin bittet den Slayer darum, dass er doch für sie mal den Helm abnehmen soll, schließlich hatte sie ihn noch nie ohne gesehen. Vielleicht erinnert ihr euch noch an Folge 8? Hier hatte sich die Priesterin mit dem Goblin-Slayer das Bett geteilt und er trug keine Rüstung. Die Ausrede der Priesterin im Anime war es hier, dass sie damals die Augen zugehabt hatte. Eine Art Notlüge der Skriptschreiber, um an dieser Stelle den magischen Moment nicht zu zerstören. Wie schon erwähnt fand der Ark rund um die Stadt des Wassers in der Novel nach den ganzen Ereignissen statt, die ich euch soeben beschrieben habe. Daher war die Priesterin in der Novel auch nicht mehr sonderlich überrascht, den Goblin-Töter in der Stadt des Wassers ohne Helm und Rüstung zu sehen. Zum Abschluss der Light Novel nochmal die Geschichte der Götter, wie zuvor allerdings etwas ausführlicher. Sie liebten ihre Figuren, auch wenn ihre Würfel mal für und mal gegen sie fielen. Es erschien aber ein einsamer und mysteriöser Abenteurer, heißt es am Ende des Buches. Es war ein junger Mann, ohne Reichtum oder andere Besonderheiten. Ein normaler menschlicher Krieger eben. Sie setzten keine großen Hoffnungen in ihn, liebten ihn aber dennoch. Er war anders als die anderen Abenteurer. Er ließ sie nicht ihre Würfel rollen, um sein Schicksal zu bestimmen, sondern machte es selbst. Für ihn spielten die Götter keine Rolle. Die Götter wussten nicht, was sie mit ihm machen sollten, aber ihnen war klar, er würde nicht die Welt retten, war er doch nichts anderes als eine Spielfigur. Er ließ die Götter ihre Würfel dennoch nicht werfen und auch sie konnten nicht vorhersehen, wie sein Abenteurer enden würde. Dies wird uns im Anime so nicht gezeigt. Damit sind wir auch am Ende dieses etwas überlangen Podcasts angekommen. Ich hoffe, ich habe es einigermaßen verständlich rübergebracht, was sich hier zwischen der Light Novel und dem Anime geändert hat. Insgesamt hatte ich aber bei der Betrachtung der beiden Werke schon einen Eindruck, dass hier relativ wenig geschnitten wurde und die Adaption relativ nah an der Light Novel dran ist. Es gibt da wohl Serien, da ist das viel schlimmer. Ich glaube, beim Overlord mal gehört zu haben, dass es dort sehr schlimm sein soll mit Cut-Content. Beim Goblin Slayer halten wir uns aber etwas näher am Material, das uns die Novels zur Verfügung stellen. Ich hoffe, euch hat diese Folge des Light Novel Podcasts gefallen. Und vergesst nicht, morgen beim Light Novel Dungeon vorbeizuschauen für Tag 7 der Goblin Slayer Woche, wo ich endlich die Frage kläre, wie viel Dungeons & Dragons denn nun im Goblin Slayer steckt. Ich würde mich freuen, euch da wieder begrüßen zu dürfen. Es wird ein etwas aufwendiges und etwas längeres Video für euch, weil dieses hier etwas entspannter war. Ich hoffe, ihr könnt mir verzeihen, dass es hier jetzt nicht so viel zu sehen gab. Ich würde mich freuen, euch morgen wiederzusehen. Bis bald. Tschüss.